abend herzlich willkommen bei tom berlin nur auf twitch so 20 30 wir müssen heute mal gucken wie immer neuerdings bei pro clubs immer alles ein bisschen aufregend spiel mal spiel mal nicht sind sie noch sind es nicht genug wir gucken heute mal obwohl es mich schon wieder ein bisschen getriggert hat weil man echt wie in einer krabbelgruppe hinterher sein muss aber es ist bei einem handballverein sss matzes bm kann man das band einer matze gibt mal kurz timeout kannst du dir selber ein timeout geben eigentlich nie ich sag dir aber es ist bei also im handballverein ja auch nicht viel besser da musst du auch immer könntet ihr euch bitte an oder abmelden was ist daran so schwer zwei kurze klicks ist immer das gleiche mit der app aber die jungen leute gammeln den ganzen tag am handy rum und da stellen wir mal aber muss nicht denken dass sie mal zu oder ab sagen julien auf dem sportplatz ronko ronko balonko grüß dich rené und daniel dann jetzt bist hast du angenommen ich muss wahrscheinlich wieder selber machen da ist markus damit wieder rufst du nein abbrechen wie was wo verknickt sie hat mal trainer posteingang auswählen damit wieder rufst du die transfer infrage nee wie hilfe tom lost also warte mal wir gucken mal also daniel hat scheinbar geklappt ach so haben wir überhaupt ton an ja so dani swiss ist da wir haben einen torwart kelly mann namen grüß dich kann mich nicht kicken schade ne bleibt auch schön jetzt doch poklaps ja siehste muss die rasselbande nur schön den arsch treten auf einmal haben wir neun anmeldungen was soll man machen es eben echt wie im verein habe ich gerade gesagt die da sind auch welche änder musste sagen bitte zu oder absagen ja es gab halt schon heute früh ein david hatte mich angeschrieben gab es die anfrage team 2 ist momentan wieder noch mehr luft raus als bei 1 oder bei beiden gleich low ob wir nicht doch wieder zusammen spielen die haben halt dolle lust soweit ich weiß ist es hier von markus und dennis bis und david und die müssen jetzt nur irgendwie rüber switchen muss mich die grad ihren julian und markus grüßt ich wartet jetzt deine anfrage jana verknickt zähl wieso kriegt die nicht angenommen bin ich über darf ich das überhaupt und davis da grüß dich pedi pedi guckt nur zu pedi verbringt heute einen abend mit seiner frau ich habe so im discord gelesen pedi ich mache es mal ohne wertung finde ich ja gut ne familie geht vor aber du fehlst uns so wie wie ist die lage sagt man die qualitätseinstellung machst du dir hier selbst beziehungsweise stellst du quellen dafür ach so ja bedingt also als affiliate hast du nicht allzu großen einfluss dann kriegst du die qualität von twitch vorgeben nur als partner hast du immer maximum ausbeute ansonsten ich gehe immer nur mit 1920 oder 1080p raus weil mehr liefert der twitch nicht wir haben es bei wof mal runter gestellt habe ich aus versehen in 4k gestreamt da war es kompletter lag ansonsten kannst du immer ja irgendwo ins zahnrad klicken und deine qualitätseinstellungen bisschen runterfahren wenn es zu heftig ist meine meinung habe ich heute geschrieben schön ja ja ich weiß wir müssen halt mal gucken wie es sich heute gibt ansonsten war es das dann erstmal für fifa 20 mit pro clubs mal gucken mario grüße ich war konnte nur ganz knapp antworten beim auto war heute auch bei eltern habe natürlich nicht daran gedacht also heute war ja gar keine zeit für platin aber wir weißt schon wir geben uns mühe irgendwann kriegen wir es hin mario sorry für die knappe antwort aber von unterwegs klotzi ist da er wie leipzig ist da und kein vorgeist nein wir sind kein wunschkonzert trägert mich bitte nicht alle dienstags ist pro clubs warum fragst du kein vorgeist steht es im titel jeder stream vorgeist bitte 400.000 leute gucken vorgeist matchmaking geht nicht die partys funktionieren nicht wir fliegen immer raus kann aber sein dass wir nach pro clubs noch vorgeist machen nein sorry aber wir haben weil es heute war schon weißt du die einen haben jetzt keinen bock mehr robert auch kriegt auch noch ein lang ist heute pro clubs ja schade ich hätte lieber formel 1 gespielt weil was soll man machen irgendwann gibt es nur noch was du ihn hat schon recht dann gibt es kein gemeckern entweder nur wof oder nur tiefer nein ist doch wahr aber mal gucken folge ist hast du ahnung sind die server jetzt besser also server im soloplay sollen wir jetzt schon ganz gut sein aber wenn du in der vierer party ist wohl immer noch ein bisschen baggy so war mein letzter stand zumindest auf ps4 ich weiß nicht nee er allein aber wenn ich zu platt ja jubel die alles gut verbringen mit seiner frau das heißt er hat verdammt viel miss gebaut und hat angst vor schliegen oh martin schon da quatsch ich wollte mit dir sprechen erst mal so ja aber etwa ganz schlecht mario sorry wie gesagt schreibtisch voll dann los geht um drei um acht schnell zurück schön in der sonne ein bisschen und ein bisschen wasser in die augen können kaum noch offen halten ist wenn so die sonne ist so fast wie nach dem sport schön geschwitzt und geduscht aber wenn die sonne so hochgeballert hat so ein bisschen müde in die augen also bevor du wieder fragst ob es mir nicht gut geht nee genau mir ging eigentlich nur weniger bei dir bei um weniger bei mir wird nur die 1080 und da ich meist noch im stream im hintergrund laufen habe musik beißen die beiden sichter hier im hotel das internet nicht so ist verstehe ist aber komisch oder wie geht es denn bei den anderen habt ihr das zahnrad zum runterdrosseln normal kann man doch eigentlich 27p oder so das mal gucken jemand helfen kann wo die auch der neue ventilator umgibt und aus der ist echt eine eieruhr dran ist dann ist für eine kacke der lidl also der tisch ventilator von lidl ist der steht nämlich da hinten aber das ist etwas diffuser was geht tom timon grüße und rodin abend was ist mit classic mit triggert prima immer ruf aufschlöhr ja wof ist besser als fifa paddy wie wäre es mit rdr genau so lange nicht gesehen grüß dich ok tom macht stream aus und legt sich auf den balkon und stream spielt gar nichts war zu dabei aber red dead wie kein volk ist auf den extra gekauft so 30 zu lassen dann kaufe ich mir nur wof ich wünsche den schönen abend mit einer frau bei die ruhig auch so trink genug ich könnte ich auch nur 10 8 so runterschalten macht auch nur 10 80 da weiß ich echt nicht woran das liegt ich kann euch das nicht verraten in jedem anderen stream ist das auch wirklich nur hier wird mir zählen das ist ja komisch ist es denn immer so oder es ist jetzt nur aufgefallen rené weil es jetzt gerade im hotel ist lass mal julian matze ist ja schön interessiert an fifa 21 hat mir heute so viele schöne artikel geschickt und so viel links ist mit der frau eine ausrede da kommen gleich von der arbeit ich kacke laune dann immer wenn planchen zu ich bin auch verkongen das schöne welt gerade hier haben können ihr mario so also ihr pro clubs lümmel erstens sind sie sowieso wieder alle nicht im stream die weit ja immer kennen gestern auch wie sonst ist weiß nicht kann man dass der arme zu hause gucken also ich weiß nicht mario kann umschalten matze hat auch nur 10 80 wie kann ich denn das kann ich ich kann ja mich auch selber mal gucken lass mal gucken lass mal kicken wie sehe ich denn aus so kanal guckst du ton ausmachen zack muslimanschein so dann habe ich hier unten ist zahnrad einstellungen die auf qualität steht auf automatisch und habe auch nur 10 80 david ist da ja 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 oh mein gott ich bin gespannt wie lange das dauert bis sie das vergessen haben wahrscheinlich bis weihnachten nicht also wenn ich kann tatsache auch nur auf 10 80 gehen das ist ja kack die quelle ist 10 80 nicht wahr aber da müsste ich die quelle runterfahren ist komisch also es hängt immer an den slots bei twitch ja wie du eingerankt was kann mal so mal so sein ich weiß halt nur dass das eigentlich nur twitch partner darauf in anspruch haben die komplette variabler reichweite zu kriegen ist mal gucken so tom kommst ist gott martin ja stimmt da war ja was das gott mit julian dass sie vergisst nie chrissy grüßt sich erst mal japp japp david muss noch was aufbauen es steht pro clubs war doch eine scheiß idee jetzt muss ich bei der hitze auch noch dieses kopfhörer aufsetzen für nix dafür dass der pro club charakter in sieben wochen gelöscht wird schnief nee alles gut so was hat er denn hier wieder alles geschrieben hat die man schon geschrieben keine antwort team ist kein manager werden martin reagiert leider nicht so ok da muss ich mal gucken transfers freunde einladen wer braucht denn jetzt eigentlich eine einladung dann haben wir eingeladen ansonsten sehe ich hier wolle es angemeldet offline steven nicht darin nicht da so so das kommt mal gucken das court das court da ist wolle timon daniel und martin nabend opi ist da entschuldigung die störung das geht timon grüß dich wolle ist da martin ist da daniel ist da thomas da so fünf mann war heute wieder ja eine schwere geburt was machen wir sind wenig es wäre knapp vorm ausfallen weil ihr immer so spät zusagt oder absagt auch ja wenn wir jetzt team zwei ist halt würden halt gerne mitspielen ich hoffe das ist ihr habt nichts dagegen ja ja team zwei discord ist ja die frage wo darf david spielen david muss sich einladen wie heißt denn david jetzt ach martin hat nie warte mal martin hat drei leute eingeladen ok marius offline ansied wenn ihr möchtet comic also ansage waren acht zusagen jetzt nur fünf nee nee warte mal wir müssen sie nur suchen so timon sag an aber ich habe gerade echt jetzt total andere probleme timon als ob sich traurig mit babyöl aber als witzig ich brauche übrigens auch ich weiß nicht wen hast du denn eingebracht ich gehe mal aufs team gucken also ich weiß nur von ich glaube das sind dann alle drei oder daniel david wer fehlt wäre noch einer okay gut nur dann sind wir doch aber schon ganze menge das ist egal das markus genau so julian viel spaß beim training steckzwiebel hao he grüß dich ja sander fehlt noch der nös na und robert robert ist auch noch nicht da robert hat geschrieben er kommt stückchen später ja wo ist er denn obwohl robert sich natürlich mehr verformuliert ist gerade völlig im formel 1 hype und auf alle fälle 20 30 21 uhr dabei okay also robert kommt ein bisserl später wie die mannschaft rein doch sander ist angemeldet ach stimmt denn es war im team 2 zwischendurch ja 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 geht bald los so ja 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 so so wer fehlt denn jetzt mal kurz checken vom warten genau ach so muss ich jetzt hier ins team verein spiel tatsache sieht ja schon in süd aus moment so jetzt haben wir es ja mega böse auf alle alle die jetzt nicht im chat lurken fliegen sowieso raus nach dem ersten spiel so hatte man jetzt noch mal ein chat gucken steckzwiebel hatten wir begrüßt sandert noch damals ist eine phase die vorüber die da ist ja sander dennis grüße einhandel ist raus snake walker lang zusammen willkommen zum pro clubs abend und wo höre ich mich doppelt und wer hat mich laut warte mal bin ich auf dem ztm bin ich noch okay ja das ist besser danke so dann sind wir 1 2 3 4 5 6 7 robert wie gesagt ein tic später und dennis ist denn es fehlt noch da ist ja aber im stream ist ja sander nee nee wolle wolle es gäbe ich habe ein wunderbar da wollen wir damit nichts zu tun haben ich bin bei bärer dank für den tütsch brein oh gott ich glaube man es ist auch ausgelaufen bei dir bei bärer dank fürs reingucken und vielen dank für deinen tütsch breins ab uuuhh danke krass man hat doch nur ein prime das kannst du doch nicht einfach uns geben wie nett ist das denn bei bärer danke ich muss hier noch mal ein bisschen leiser machen so hat sich glaubt meins bei bärer ist auch ausgelaufen war jetzt kriegt gleich ein schlechtes gewissen gerne doch danke und ja willkommen schön dass du bei den opi ultras bleibst und viel spaß ich hoffe es gibt bald gelegenheit mich zu revanchieren ich sage an team 1 jetzt schon sorry falls der kleine mal weint ach so chrissi alles gut wenn ich auch ganz ab und ist beim fifa stream bei bärer gibt es heute noch wilden westen bei dir so viel jetzt erstes spiel ja ich weiß gar nicht wenig offenen flügel ach doch jetzt haben wir spielten links wer ist denn jetzt links david ist oben jetzt mal linker flügel na denn und wie steht es mit der liga wolle petri hieß der ja hab gesehen david ja ist auch stream ja irgendwie ich hatte heute auch aber jetzt ist nervig ich sag mal da hast du natürlich jetzt den vorteil ohne cam ne manche machen die auch aus und sitzen dann halt im schlüppi bei der hitze aber ich denke immer die wollen vom leiden sehen ich war bis vorhin noch bei eltern war ein bisschen spät wieder kurz nach 8 erst rein dann ist immer ein bisschen hektisch vielleicht schon wieder zittert ob ein patch auf mich wartet zum glück nicht aber wenn du so nachmittag im garten hockst bei eltern und die sonne so scheint könnte jetzt so kaum noch blinzeln dann werden die augen so ein bisschen müde und dann kommst du in die bude und dann ist hier wieder 29 grad also ich kann nicht gut verstehen aber so ein fix termin immer ausfallen lassen ist halt auch immer aber hitze nervt reicht jetzt wieder langsamer obwohl dieser 12 euro die ventilator die sieht auch richtig fett aus muss ich sagen nochmal danke für die empfehlung ich weiß kein snake war der nicht von dir die der tipp mit dem lidl ding ja mario mario hatte gefragt ob man mitspielen kann hast du schon mal pro clubs mario pro clubs oder hat es schon mal mit gespielt also ich wollte ich jetzt nicht übergehen aber wir haben leider nur noch verteidiger frei die sind immer nicht so sehr beliebt und auch nicht ganz so einfach deswegen war nicht ich lieber ich bin da kann ich nicht nur mit denen ich mit uns trinken aber kam kein bild ich habe 89 stürmer ja siehst du das stürmer ist halt viel auswärts heute mario schade weil wir hatten wieder bis 14 uhr zweieinhalb anmeldung da hat tom schon wieder innerlich so ein bisschen dicken hals gehabt weil ich denke wollen sie alle pro clubs spielen und können nicht mal zweimal klicken ja nein komme komme nicht dann habe ich noch mal gebeten doch mal ja zu oder ab zu sagen da hat immerhin paddy abgesagt und dann kam irgendwie david und marcus team 2 wir wollen so gerne spielen wir sind auch total wenig nur noch und können wir nicht mit bei euch spielen schade also war es wieder heute ein bisschen quirlig insofern haben wir natürlich heute jetzt ja kein stürmer platz zwei weil ich wusste ja nicht dass du so viel pro club spielst geil macht eigentlich ja aber war ein schöner pass noch war eigentlich gut gedacht haben wir auch pech so und haben wir noch da ich habe heute fast hier war ein paddy warum läuft denn ich krieg den genaufen fuß vor tom schon wieder aluminium man robert viererkette ist leider komplett besetzt du musst formel 1 spielen naja eigentlich nicht ich weiß auch nie spaß nächste runde bei mir müssen die sohn robert aufsammeln weil wir uns haben wir ihn gerne auf eigentlich spiele ich linken ztm timon hast du recht aber du rennst auch immer links um immer rüber wolle petri absolut witzig und robert schon zurzeit ja nicht so schon neun wir haben sich wieder so viel quatscht tor tor wollinator mhm 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 Ohne Zuschauer keine neuen Emotes. Wolle trifft die verrückt. Ne wir sind Discord, Robert. Stimmt Discord könnte er wieder nicht lagen. Oh ich habe hier Wolle Petri. Schön. Oh, schade. Nachspielzeit. Oh, weia. Jawohl, Nachspielzeit. So, was kann man denn sonst noch plauschen? Lasst mal über FIFA 21 reden. Habt ihr den schönen Artikel, den Matze mir geschickt hat, gelesen? Neuigkeiten bei Ultimate Team? Es wird keine Fitnesskarten mehr geben. Keine Trainingskarten. Gut oder schlecht? Also spontan, da ich damit nie viel getradet habe, finde ich es erstmal gut. Der ist echt ein bisschen doller als der Würfel. Ich bräuchte einen Foodsteampartner. Steam? Stream? Die Fitness geht aber nur während des Spiels runter, Paddy. Danach ist wieder alles schick. Also im Spiel geht sie runter, aber danach ist es wieder voll. Einen Foodsteampartner. Hast schon die Trophäen gecheckt, Mario, oder? Also so ganz ist mir das noch nicht, hat sich das noch nicht erschlossen mit dem, mit dem, ähm... Es ist nur für Rivals, ne? Da kannst du zu zweit spielen. Und mit wessen Team spielt man dann? Das, das ist mir noch so ein bisschen Bahnhof. Boah, wenn die leid war... Das ist ein bisschen heftig, ich krieg schon wieder Schnupfnäschen. Falsch Tom, Matze, erklär mal bitte. Ja, jetzt kann ich grad schlecht lesen. Für alles? Wie, auch für Weekend League? Ahja, Stadion Editor ist auch ne witzige Sache. Und dann irgendwas so von Community-Zielen oder spielt insgesamt eine Million Squad Battles, dann erreicht ihr als Community das und das Ziel oder so. WL nicht, ne? Weil das hätte mich jetzt auch echt gewundert. Oh, schade. Ich glaub, ich muss den Benti gleich ausmachen. Aber nicht in Online. Na doch in Rivals. Aber Matze wird gleich so netze einen Stichpunkten erklären. Oder Klotzi oder irgendwer. Ach so, den Editor. Ah, Matze, das ist ja schon eine Minute. Könnt ihr ganz leicht ein anderes Spiel aus eurer Freundesliste, eure Gruppe, der Gruppenanführer ist auch automatisch der Teamkolle. Er bestimmt welchem Squad, in welchem Modus. Ah, okay. Also ich sag mal so ganz doof. Opi hat ein Pay-to-win Team und ich lade meinen, von den Skills her, Elite 2, zwei-spielendes Patenkind ein, dann kann der... Die sagen nämlich immer, ey, mit deinem Team hole ich Easy Elite 2. Dann könnte ich sagen, okay, FIFA 21 kannst es beweisen. Er hat dann lediglich mich als Handicap noch mit drin. Oder habe ich das komplett falsch verstanden? Gemeinsam spielbar sind Squad-Battles gegen die KI. Aber auch eine Möglichkeit geben, zusammen in Division Rivals Rangenlisten eine Möglichkeit geben. Hm. Na gut, gegen Squad-Battles wäre jetzt öder. Wohl, da könnten sie natürlich vielleicht auch witzige Aufgaben wieder dran knüpfen. Das Matchmaking riecht es aber nach dem höher gewerteten Spieler, wenn einer in Division 1 Spieler und einer in Division 5 Freund... Ach, das hatte ich gelesen, ja. Dann kriegt man Division 1 Gegner. Community Challenge, genau. Weg. Ja, das war glaube ich den PC-Games-Artikel, den hatten wir auch auf der Facebook-Seite. Oh shit, abseits. Den hatte Mathe, Matze, Mathe. Ich sehe Timon und dann kommt automatisch Mathe als Versprecher. Hallo. wir haben übrigens daniels schweiz im tor heute sehr cool wieder die vor vorlage nein schade neuer clip kurz vor kurz wie der war das schon auf der clip war schon auf facebook kurz vor kurz was aber scheiße ist dass sie jetzt blöden tifos statt fitness und trainer an die pixel was für tifos ein zuverlässigen koop ist doch klar wir machen den mods team jürgen matz im koop muss man würden kriegt noch eine aussage bitte play sie scheiße diese kurios tifo achso ich muss mich ein bisschen nach hinten orientieren oh schlechter pass schön oh daniel tanner macht den kasten dichter schütteres haar sieht so ein bisschen aus wie gulaschi der abschlag war ein bisschen zu weit wir können zusammenspielen paddy dh dream team paddy und matze wl power ist denn wl power eine lila eine lok wieso hatten eigentlich jaffa die lok noch ehemaliger supporter des hybrids äh da müsste ja conny auch noch eine haben jaffa grüß dich willkommen zum poklabs abend ob die ultras in wo spielen wir eigentlich liga 3 noch wieder mal sind heute ganz gut besetzt haben aber auch mal wieder zusammengelegt beide teams schwarzwald ist ist marcus dann wahrscheinlich der robert robert komm sei nicht so schüchtern ich weiß du willst es auch komm mal zu paddy kann manchmal wirklich lustig sein oh timon ooooh du willst es auch gastenbrot hallöchen ah wieder kein wuff hast uns erwischt wir müssen jetzt raus wir müssen robert einsammeln ne jungs ja robert einsammeln please alle raus ach matze paddy ist auch sensibel so warte mal warte mal warte mal zwei siegzeiten aufstieg zehn punkte aus drei spielen ist schwierig ne zehn punkte aus drei spielen ist sehr sehr schwierig und einen guten abend an die liebste community der welt bei mir rödelt immer so lange so das ist wieder genial geregelt EA Ranglisten war auf top 200 weiter top 200 okay so weit die PS5 wenn allerdings die Liederbots zusammengelegt ah okay Corinna grüße und danke für 10 bits hallo tom und einen guten abend an die liebste community der welt oh die glückwünsche gehen an euch ich gebe sie gleich so zurück ich glaube kapitän ist jetzt robert wenn ihr dein facebook und kaputt gemacht das böse wenn david rauchen geht spiele ich chrissy hast ja gut geübt und noch ein folgen es gibt kein crossplay für ps4 und ps5 was blöd für pro clubs und liga ist ach hey das ist jetzt echt scheiße ne aber aber warte mal du hast doch es gibt kein crossplay aber du hast doch die ps5 ist doch aber abwärts kompatibel und wenn man die ps4 version eh noch hat kann man sie nicht dann die ps4 version auf der ps5 spielen und ist dann wieder äh 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 ist es kompliziert oder marcus gg abgut oh wart ihr unser gegner moin grüße danke fürs reinschauen ja das erste war ein doofes nachspielzeit tor aber war knapp aber danke gehen wir natürlich gerne zurück ähm ich habe heute wieder rival zu spiel und knapp verloren und mike ist da grüß dich moin mike behal' dich hopp haha mike ab in die hinverteidigung alle da alle da und 10 für den aufstieg das wird knapp aus drei spielen das ist ja aber jetzt echt übel mit dem crossplay oder EA äußert sich zu crossplay ach so ich mach mal diesen venti ey der ist mir echt ein bisschen zu heftig da nehme ich da nehme ich mazelnwürfel da nehme ich mazelnwürfel mazelnwürfel so mazelnwürfel mazelnwürfel ist jetzt wieder der andere obwohl stufe 1 war mir irgendwie echt ein bisschen zu heftig oder bin heute zu empfindlich wann spielen wir denn am wochenende f1 freitag f1 wäre das auch eine option jungs mazelnwürfel ist halt liebe stimmt ja das andere haben wir jetzt echt obwohl der halb hinter dem bildschirm steht so weil ich gar keinen anderen platz hier habe kam es jaja lassen wir auch sonntag stimmt da sind schon so viel zu sagen breitag wäre besser breitag würde gehen samstag haben ja samstag bin ich ja auch unterwegs wir haben halt überlegt weil wir montag halt keine mario kart hinkriegen keine mario kart hinkriegen Paddy mag kein formel 1 ich weiß aber ich muss ja verschieben paddy wegen dir deinetwegen guter deutsch dass wir den montagstermin halt also nein nein das liegt nicht an paddy es liegt an meinem training dass wir mario kart auf den sonntag legen und formel 1 auf den freitag ja aber jetzt nochmal also die ps4 brauchst du eh nicht mehr verkaufen wenn die 5 raus ist dann hat jeder dann noch eine adi switch und fertig könnte so sein ne auf der ps4 winken es ist weder möglich auf der ps4 gegen einen freund zu spielen der auf der ps5 spielt oder gegen freunden auf anderen plattformen achso also damit meinen sie komplett cosplay aber wie blöd ist das denn die 5 ist doch abwärts kompatibel und wenn ich eh die 4er version habe dann kann ich die upgraden kostenlos dann habe ich doch aber eigentlich beide auf der festplatte aber ich meine rené hat natürlich recht aber irgendwie wird es ja auch gerne ich bin ja immer für platz schaffen und nicht noch eine konsole rumstehen haben kompliziert wichtig ist wann wir mario kart spielen genau corona ja stimmt sonntag kann david nicht fahren mitfahren er muss aussetzen ja ich bin halt immer überlegen ob wir die formel 1 auf den freitag legen dieses wochenende weil ich sonne bin ich nicht da und sonntag stattdessen mario kart weil wir montag halt den montagstermin irgendwie nicht mehr halten können dann wenn training ist und außerdem können nächste woche ganz viele nicht von den mario kart landen das heißt wenn opi wechselt keine follower games mehr naja oder beide halt ne aber das wäre halt echt dumm da machen sie doch die kom- das kann doch so schwer nicht sein seid ihr da ganz sicher was steht ja da eigentlich sein konzern konsolenübergreif mitzunehmen das heißt bis vier spieler können ihren spielern auf die fünf vertragenden besitzungen also das heißt man kann nicht mehr zurück also mal hier mal da geht nicht meinste preise droppen wieso die sind ja jetzt schon ziemlich gedroppt klatschig wenn die stammis und saps auch keine ps5 haben korinna hat es nicht gerade gestern erst gewonnen oder da war doch was glückwunsch 2007 ich siehst du schon wieder mir ist doch so so jetzt haben wir hier in jetzt haben wir robert und mike noch dabei rechts verteidiger und innen verteidiger also es geht um klassenerhalt aufstieg wird nicht wenn du ach so formel 1 bezogen ja transfermarkt teilen mhm mhm ja aber so richtig bin ich da noch gar nicht jetzt verstehe ich noch gar nicht also angenommen tom holt sich die fünf was ja höchstwahrscheinlich ist graded die ps4 fifa ab kostenlos auf die fünfer version dann könnte ich mit meinen paten kids wenn die keine fünf haben kein fifa mehr spielen und mit euch halt auch nicht ah also zumindest kein ultimate team weil das team geht per spielstand dann über auf die fünf konnten auf die fünfer konsole ist ja kompliziert hin und her switchen geht ich hatte es eben anders gelesen weil da steht wenn du den spielstand überträgst ist er übertragen also sprich jetzt spielstand also sag ich mal mein ultimate team dann kann man halt irgendwie du kannst sowohl auf vier als auch fünf spielen so sind zumindest meine infos mhm ach ist das alles belastend da kann man sich schon wieder gar nicht richtig auf die neuen konsolen freuen oder weil es schon wieder allzu kompliziert ist ja weil viele kaufen ja nicht jetzt zum release ja einmal wegen preis und zum anderen wegen der bekannten kinderkrankheiten immer nachtreten dann braucht man doch zweifelteams okay einmal übertragen das ist doch doof hm das ist doch genau genau ja weil ist ja ein tages event und daher ich bin mir auch schon geschrieben was wir machen können ja wird donnerstag zum beispiel auch passen aber schauen wir mal jetzt lassen wir mal den august vorbeigehen aber wir machen es bestimmt und dann gibt es medaillen und teilnehmerpokale ja du warst zu leise ich hatte kurz die antwort zum turnier eingeschaltet zum testen jetzt sah aber wieder aus ihr könnt wieder unanständige sachen sagen ja 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 selbe ja ja das wäre jetzt richtig behindert ne dann wollen sie ja voll die community spalten also wie war denn das letztes mal von der 3 auf die 4 ich muss gestehen da habe ich glaube ich noch nicht so wirklich ultimate team gezockt auf der ps3 oder ja ich sehe gar nicht mehr ne guter gegner wird schwierig oder Daniel sieht voll aus wie Gulaschi ja, weil wenn das stimmen würde, was Gulaschi da linken möchte, dann wäre ja doch eigentlich alles wieder gut, oder? das müssen sie doch irgendwie hinkriegen, über das EA-Account also ohne Fitnesskarten finde ich jedenfalls ganz gut, da wurden ja auch viele Leute mal abgezockt zum Wochenende so oh, in dem Moment kommt der vor Martin, aber okay immerhin wird man mindestens seinen Food-Fortschritt in die nächste Generation übertragen dürfen ja den Food-Fortschritt aber vielleicht ist das Food-Fortschritt wieder nochmal was anderes als das Food-Team also Food-Fortschritt kann ja auch sein, euer Level und was da oben so immer, ihr wisst schon Food-Gründer oder so, bla gegründet 2014 Rang 99, was da immer oben rechts steht obwohl da haben sie auch alles von abgeschafft, da bist du auch keine Belohnung mehr für 0 Torschüsse, 38% Ballbesitz was geht hier schief? nie, weil Robert immer so eine angenehme Stimme hat und ich dachte, wenn jetzt ne an das Wachstum boah ach stimmt, Freitag war auch noch Bayern, ne? Matze, Freitag spielte Bayern, irgendwie Patti, was war mit Mario Kart? Freitag bei dir? Ginge noch, ne? Da konnten glaube ich Corinna und Marvin irgendwie nicht so gut noch einmal Tom? Ja, ja noch einmal Tom? Ja, ja Scheiße, Hacke Hacke durch und Schuschen Achso, stimmt, deswegen Bayern Oh nein, Patti gemutet HB, grüß dich Free Patti Am I still able to play and pause for my account after carrying to PS5? Yes, just not at the same time. Sehr verwirrend, ne? Na ja, was sollen wir uns knülle machen? Wir werden es schon irgendwann erfahren. Aber na ja, obwohl, wäre schon nicht schlecht zu wissen. Ich bin rekordelt damit. Wir bekommen Besuch und schauen Fußball. Ah, okay, also Freitag auch doof. Hm, Corinna, Besuch soll seine Switch mitbringen. Ganz easy. Dann haben wir noch zwei mehr. Nee, alles klar. Ah, ich weiß auch nicht. So irgendwie alles schwierig. Gibt's nicht. Ich bin an ihm dran. Ich komme nicht zum Kopfball. Ey, dieser Siri. Shit Das war richtig so. Armer Patti. Ja, ich weiß es auch nicht. Ey, das ist echt knifflig. Oooow. Ohohoh 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 Die spielen jetzt echt gut runter, schwierig Offiziell FA Direktor Account, okay Das wird ja spannend Sie müssen es bloß auch irgendwie massenkompatibel erklären können Nicht, dass die Leute wieder mehr verwirrt sind als alles andere Wenn wir es als Profi schon nicht verstehen Ritchie, kann man es sehen? Ja Immer zum FIFA Stream jetzt Weil, ähm, die sind echt schön luftig, muss man echt mal sagen Bei der Hitze ja nicht verkehrtes Material Ohohoh 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 Ritchie, alles gut? Dank für den Instagram Kommentar Musst du, musst du so lachen Beste, wie war das? Beste Streamer, wo es gibt? Tom so, man Ritchie Beste Streamer, wo jedem tut Heistet Ritchie Ritchie Okay so Vollmerk für nächstes Mal Hahahaha Yannix, grüßt dich Ohohoh Ohohoh Da kommt unser langes blondes Luder Timons Fokuhila zum Anschlusstreffer Ähm Mein Finger wird leider nicht wirklich besser gehen Nachweiner Ich fängts an zu Hahahaha Jetzt nach Einer Hahahaha Nach Woche Ich wollte es eben noch nicht vorlesen Ich habe immer verstanden Es tut wieder weh, wenn du Weißt schon Hahahaha Bis das drüber auch geben tut Genau so heißt es Hahahaha Hahahaha Oh man So knapp ist schon wieder ärgerlich jetzt mit einem Tor Aber die waren echt gut Oh Komm nicht mehr ran Hahahaha Ja Langsam wird es knirsch mit lassen halt Langsam wird es knirsch mit lassen halt Oh 87 Level up Hm 87 Er ist jetzt aber schon nicht so schlecht oder Ich kann nicht mal zocken mit der Schiene machen Aber die Schiene muss doch irgendwie nach einer Woche runter oder Bekommst du die nicht so reingekeilt War linke Hand oder Alle raus Nein okay Warte nur Rinn raus Rinn raus Hm Oh Gott Zwei Wochen lang die Schiene Ich hatte erst mal beim Finger eine die ging so bis hier etwa so Und dann so Und dann hatte ich zum Schluss noch hier so ne die war fing kurz vor dem Handgelenk an Ja Ja das wird den Füßen genau Ich glaube es lohnt sich nicht Der kleine und der Ringfinger mit eingeschient Ja Aber ich konnte irgendwie immer hier in diese Handballen Und dann coole Kann ich immer den controller so rein Ah stimmt es fehlt halt Stimmt Ist schon schwer Warum bin ich denn jetzt Warum bin ich denn nicht da Ich bin da an L2 gekommen Ach hey Danke Martin Ich bin da nicht insgesamt drei Wochen Das ist doch scheiße Ach du bist vorwart Das wusste ich jetzt auch nicht Regie Ja Hopi wieder Ach man Matze sieht aber auch alles ey Shit Ah man Bester Torwart wo geben tut Wir tun euch hier heute echt Berlinisch beibringen alter hoffentlich guckt papa nicht zu berliner nicht so junge ich sehe und höre alles bester gucker wo geben tut haben wir wieder ein insider ja 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 da war toms fußspitze rette zur ecke was die tor hat mit dem plastik schienen am finger die haben mir das öfter die finger gerettet auch torwart das ist so richtig wenn du in der grasnarbe hängen bleibt nein wer hat denn da naja daniel hält den easy peasy daniel schmiedsopp jup 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 tom ich sende dir mal meinen spielplan vielleicht sind ja welche in deiner nähe ach von deinem verein meinst du ja du kannst jetzt erstmal nicht spielen oder oder richie mit links martin sehr korrekt da geht noch was einfach abbezogen also handball saison so irgendwie auch im september wieder starten ich weiß gar nicht wie die funktionieren soll erst mal soll mittwochs erste mal tatsache hallentraining stattfinden dann müssen wir halt mal gucken oh feuerrückzieher posten ja bis glaube ich spannend ja vielleicht wieder gegen Viktoria Lichterfeld also ich komme auf die Liga an also Fußballvereine kenne ich jetzt nicht so viel vor allem nicht in welchen Ligen ihr da so euch rumtreibt und weiter leg ab ja mach ihn ja zählt das noch als Vorlage nicht das müsste noch von eigentlich oder ist noch ein Assist Anschlussbar bin ich nicht verraten 4-6 Wochen na gut aber wann fängt bei euch die Saison an oder hat schon ey dieses Wusellöckchenköpfchen hier schön Robert bis unsere Mannschaft ausgelöst ist also Torwart in der Jugend immer schwer einen Standplatz zu finden ja glaube ich ist beim Handball auch schwer da wechseln die zwei häufiger mal ja auch ingame aber aber Torwart ist glaube ich noch schwerer aber schön die flogen Daniel bei uns beginnt es gegen Grunewald am 23.8. Pokalspiel Grunewald na Grunewald ist schon nicht so weit wie Spandau Rutschi aber schon ey da wohnst du ja gleich Stadion um die Ecke wer ist denn noch so lies mal ein paar Bezirke vor oder hast du hier im Kopf nee im Kopf also Victoria wäre so das Einzige wo ich weiß okay die sind hier im Süden und haben einiges an Mannschaften so die ganzen anderen Vereine hier ist noch Sternen Marienfelder aber ich glaube die sind eher unterklassig aber auf deren Fußballplatz dürfen wir ab und zu unser Rasenball äh Rasen nee Feldhandball Turnier machen ist immer mega witzig schon mal in der Feldhandball gespielt da bist du aber Knülle weil also originale Fußballtore ist halt auch richtig krass für den Keeper aber auch zum Werfen völlig übel weil du musst so oh oh shit verrenkt mir da die Hüfte und Ball zum Gegner und geht halt über original Fußballfeld also aber es dürfen immer nicht alle mit rüber rennen also drei oder so müssen immer hinten bleiben hier gibt es so einen Mittelblock und einen Andreiferblock die müssen halt immer vorne bleiben aber als Handballtorwart mit einem Handball im Fußballtor ist schon richtig übel ich bin eventuell die ersten Punktspiele raus dass wir auf der Bank sitzen Siegprämie ja wo oben was für das CPU wie Siegprämie wird sie kriegt Kohle ja fahrt zum Uli nur 30 Minuten wir direkt am na ok 30 Minuten naja doch ein bisschen obwohl mit dem Smarty naja wenn ich allzu viel Stau ist schaffe ich es auch in 30 ich dachte das geht jetzt noch schneller aber gut Spandau ist ja auch groß dann über Discord ja ich dachte schön du nennst mir jetzt mal die Bezirke und ich kann sagen ja ja nein aber ich glaube hier im Süden gibt es also wirklich sonst nicht viel viel bekannte Fußballvereine der einzige ist echt Viktoria-Lichterfelder die mir einfallen und da hatte Hertha irgendwann mal so ein Trainingsspiel vor Saisonbeginn mal hingefahren oh stark ey Timon krass schade wie schnell der auch immer ist und wie er die Hände immer so hält und kann mich immer würmeln oder Timon hat irgendwie voll das Witz hier Spielermodell oh Blutgrätsche von Martin starker Pass Nachspielzeit Hype ist bei euch falsches Wort oh Timon oh Abpfeifen so einer Scheiße halbe Minute noch Martin nimm die Nachspielzeit mit schade blockt Scheiben schießen hier schade ah egal war kein guter Tor Manuel war und 1 gegen 1 entweder Ball oder Gegner ja fällt dann weiß der Hammer aber ist ja wie schon war habe ich aber bisher nur youtube geguckt fällt dann wie gesagt schon mal selbst gespielt aber beach an ball ist halt schon komplett anders weil du musst ja immer irgendwie dich noch zweimal drehen irgendwie oder so dann es jetzt tor doppelt aber witzig aussehen tut es auf jeden fall sag mal ganze drag bags ach man stimmt mal zu dem die völlig verdrängend na sandi willkommen dank für dein follow zum poklabs abend beim fifa opi danke fürs reinschauen 10 euro pro punkt und dreimal pro halb bei 20 euro und etwas physio machst du da auch gleich oh muss klicken kick dir den ritzy an 10 euro pro punkt gerry ehemann meinte mal als tor musst du den leichten schaden haben ja die torhüter haben alle ist beim handball aber auch so da gibst du mal diese diese mimi oder mimi ihr wisst schon beim handball gibt es handballer kreisläufer und torhüter heißt so viel wie also alle anderen können handball spielen aber torhüter und kreisläufer sind halt irgendwie speziell dinge die ein kreisläufer nicht kennt unter 110 kilo wiegen kriege ich zumindest einmal im monat von man buddies zugeschickt oh ho conny mit mit conny eiswürfel bits an alle oh ich habe schon abseits auch ist conny vielen dank für 100 eiswürfel bits danke wie geht's julie mein vorbild ist und bleibt toby sippel deswegen will ich tor machen und natürlich gary ehrmann okay gary ehrmann ist nicht ne mode modeschuppen ne gary weber ist das und ehrmann gab's doch in berlin als klamotten bude oder oder hilft mir mal einer am freitag wird hertha gegen victoria um 16 auf youtube ach echt machen sie ja wieder ein warm up spiel warum kann ach so man darf ja nicht zugucken scheiße weil da bin ich damals das ist echt keine zehn minuten von hier victoria da hätte ich so bock hinzugehen schön bratwurst und so ach man auf youtube und facebook wieso nicht auf twitch skandal ich war lange handball hat man hat man das schon wenn ich gerade hat es schon mal erzählt ja ich habe war auch bis zur pantau bis zur jugend nur im tor da muss mir zu heftig zweimal im training voll an kopf gekriegt dachte ich okay musst du dir nicht geben pantau heinz unser technos zu rima dj danke für das resub vier monate in folge opi ultra im vierten monat wolltest du das kommentieren zockst du fort neid boameng hatte sie ne hab's aber mal probiert aber bin zu doof dazu weil shooter und dann noch bauen dabei überfordert einfach mit 54 jahren deswegen da durften die jüngeren ran ist nicht mein spiel deswegen zocke ich's nicht und stream's auch nicht obwohl es jetzt nicht unspaßig ist aber es ist einfach echt doof wenn du halt dann auch völlig erfolglos bist macht's halt auch keinen spaß und die bauerei ist mir einfach echt zu hektisch verteile dir bis zu 6 oder 7 warst ja HP also Thor war irgendwie auch schon ganz cool so hieß es ja nicht wunderlich nicht wie hieß denn dieser Torwart der damals so berühmt war uuuuh noch ein elfer julie geht's gut müssen wir nun beibringen dass sie auf der arbeitsplatte und dem couch zu suchen dass er so nix zu suchen ja man ja joghurt nee wie hieß denn das es gab mal so eine mode schuppen das war ein kudamm hieß denn nicht auch er man da konnte man herren klamotten kaufen und gary weber kennen wir aber er man ja ist ja egal würdest du das kommentieren ich auch Torwart Fußball ok ja david blockt da ist er hallo tom und lieber chat bin wieder weg wollte nur mal beim Beitrag leisten haha eins danke vielen dank für den resub und für deinen treuen support mein lieber und danke dass wir dich neulich besuchen durften war echt witzig gary er war eine absolute kultfigur mit 61 durchtrainierter als ich in meinem ganzen leben oh man man ah siehste noch ich bin dort nie angst habe mal fast ein zahn rausgekommen na das geht ja noch meine ich wollte mich ohne bau meistens unter den letzten zehn echt richtig naja ihr jungen dinge und schön shorty sehr gut zwar kurz aufpassen hier das war einer rauen katzenzunge weg das war auch als ich hatte ja früher immer katzen und dann erst einen hund später das war schon umstellung von dieser rauen katzenzunge kann ich mich gut daran erinnern auf die hunde schlopper zunge das war schon echt das habe ich im discord gelesen konny dass sie schön sich im dachlichen browser angemeldet das ist aber schon echt dann nicht nicht ohne ja mein finger noch zu 7 minuten weiter spielt dann brauche ich ein spüren dann noch mal drei minuten ja das maxi erst nicht wegen anderen liegen ich also mit den gebrochenen fingern habe ich auch meistens noch weiter gespielt dann hat es irgendwie ein bisschen wehtan in der halbzeit weiter einzig wo ich echt gleich raus bin mal der rippenbruch das war schon echt böse und was so wie für dachte du kriegst die luft mehr das war echt richtig eklig schön ach man unentschieden ein punkt nur aber immerhin schon bein gebrochen da siehst du an die an die die dank für den follower herzlich willkommen bekleidungsgeschäft hellmann nie hellmann ist ein anderes ne 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 den gibt es auch schon lange nicht mehr aber raus ein spiel und wir brauchen sie jetzt gerne er meines kult keeper von laut dann ja drei punkte brauchen wir sonst ist aus die maus hast du nicht fußball mit rugby verwechselt ah ja kommen zahn raus und beinbruch geht doch noch oder heute morgen am e mail lesen schwupp 20 mese löscht ich hab's gemacht es dachte kapselprellung damit spiele ich immer weiter aber wie war der schmerz dann doch anders ja aber kapselprellung ritschi ist doch auch richtig übel also robert oft in sturm wolle muss ein spiel aussetzen deswegen gucken wir jetzt auf den linken stürmer platz geht aber kapselprellung ich werde morgen ein e mail lesen und schwupp hat so da schon als tor hat dreimal das jugendtor im dfb gespielt mario echt bei tasmania 73 zwei habe ich zwei leuten die nase wochen weil ich den ball wegfrauste zwei leuten aber nicht gleichzeitig oder ihr bruder habt ihr zu gering mal was belles gott geschrieben was interessiert wenn ich einfach ignorieren ok eine kapselprellung da wird ein bisschen tape auch kommen wir auf richtig du bist ein kapselprellung weiß ich nicht habe ich immer eine woche mindestens zwei wochen ein bisschen tape obwohl man eigentlich immer sagt handballer sind so eine maschine aber nämlich wahrscheinlich so eine sensible variante ich bin kurz davor in einem profi team zu kommen auf die oldenburg oldenburg ist nicht bei euch da oben ja la bonita ich würde schon mal den muss jetzt punkten sonst sind wir eine liga niedriger ihr merkt wenigstens wenn ihr euch was brecht eishockey finde ich viel krasser wer von euch weiß wie viel kostet so ein eishockey equipment meine mutter war ganz erstaunt dass beim handball jeder beim training jeder seinen eigenen handball hat vielleicht ja der kostet ja auch nichts nur 20 euro oder so da kriegst du auch schon ganz guten für und da sage ich stell dir mal vor ich wäre als kind eishockey spieler gewesen oh und siehst du denn das 99 pays ein bug oh nee ach der mit den schwarzen hosen ist einer im chat der dort profi spieler werden könnte was ist das für ein komischer handy da der 75er ja wieso ist der jetzt buggy wieso hat der 99 pays wo ich schon wieder rumlaufe glaubt man die beiden ab 320 euro starter sets weit über 500 heftig oder denke ich mir nämlich auch also starter set 320 und torwart ist glaube ich noch übler eishockey torwart muss richtig teuer sein wenn dir sich dein kind sowas aussucht musst du schon mal sammeln dann alle paar jahre neu oh block da shit immer den ball gespielt natürlich also ich hab's auch auf die knochen siehst du neul ich hab dir mich so getriggert wegen meiner roten karte und ein jahr sperre da habt ihr alle selber dick auf dem kerbholz paddy hat auch schon in der jugend er war da gespielt hat mich auf den po gefallen und musste mir oh gott wie sie jetzt ja irgendwie auch ich schick da formulieren können bin ich auf den po gefallen das klingt jetzt nicht so richtig heldenhaft paddy bin ich auf den po gefallen warum gibt es so ein bug robert erklär mal bitte hier dieser typ der mit der schwarzen hose ist irgendwie buggy was kommt oh was ey ich guck schon oben warte noch auf den laufweg von rot und da blockt er mich einfach schon ja der nervt mega hat er wahrscheinlich hat er wahrscheinlich noch 99 Ausdauer mir geht so ein bug warum ist der so schnell und nein das war jetzt nicht schön holenburg gleich ums eck ok passt fast verhungert gibt es auch nicht ich gucke dir den an wie der über den ganzen platz flitzt da mit den schwarzen hosen ich decke den jetzt man ha 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 da kriege ich nachhinein noch gelb tonne zucker 300 euro ohne schuhe und ohne schläger ja muss da das ist ja das teuerste schläger und schuhe würde ich vermuten echt ich dachte ich kriege gelb ich bin auf den po gefallen war ein scherz ach so na denn jetzt wollen wir aber wissen warum gab es ein vorzeitiges karriereende bei paddy so kommen wir da bohrmeng wie alt bist du oh ist er weg hat bohrmeng uns verlassen hat er ein bisschen komische geschrieben oder wie alt war er denn nun so modding oh kommt denn der so kurz sorry sollte eigentlich durchgehen oh mann oh mann oh mann was ist denn nun wieder abstieg noch nicht wir kämpfen oh gelbe karriere schon zweite gelbe und dann was die aussetzung wert ist kannst du die schuhe holen leger bis zu 5600 nach oben offen naja ich will jetzt nicht noch mit eishockey anfangen aber so rein hypothetisch also 500 euro glaube ich ist schon eine ganz runde sommer abseits das war kein abseits oh wie sie am schuschen sind furchtbare leute denke der typ war im baujahr 09 ach so 11 ich würde ihn gerne mit r2 festhalten wie bei fallgeys hier in diesen schwarzhose ja das ist jetzt natürlich doof muss man noch ein bisschen reinklotzen dreimal am tag turnieren als zehn jahr glaube ich nicht dreimal am tag ach das war der war das nicht der profi vertrag bei oldenburg echt mit elf ist ja cool oder hi guten abend alles wie 30 musste keine angst haben wo ist er denn jetzt habe ich wieder verpasst was er machte er meinte er meinte zehn ach so ja da müssen wir leider ihn drauf hinweisen freundlicherweise den stream zu verlassen klotzi zumindest solltest du es nicht schreiben nein es war ein kind er meinte er würde einen profi kurz vor einem profi vertrag stehen aber er hat sich jetzt als zehn jahre geoutet obwohl es kann ja auch schon profis gibt es schon profis mit zehn ne ne hallo mit acht war ich beim dfba team ja du bist ja auch richtig stimmt sind ferien irgendwo sind noch ferien ah je ah 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 mario danken für es reinschauen Bis bald und happy platining. Ey, der ist echt überall, dieser Nerv-Schwarz-Rosiger. Vielleicht habe ich in Rom den entscheidenden Elfmeter zu werden. Warte, genau. Und Connie war mit 10 mal der Volleyball-Kinderliga. Ich hatte mit 10 die größte Schlumpfsammlung meiner Mitschüler und wir haben die besten Schlammbogen gebaut. Alter, der dribbelt aber auch eklig, dieser Typ. Hat der alles auf 99 gebackt oder wie? Oh, was ist denn das, ey? Er hat ihn doch komplett festgehalten. Später waren sie dann kreisiger, wenn ich dann in die Lehre bin. Ich kenne dich, Ritchi, oder? Matze, der Kinderstar. Matze, leider nicht mehr Geheimheiten, sehr fair von dir, es zuzugeben. Ja, besser so, ne, als so ein Zwangs-Outding dann nachher. Welche WM war das nochmal? Und im Leichtertal war ich auch als Kind auf Stufenwagen gefielst mir immer nicht. Stufenwagen war immer ganz furchtbar. Mussten wir noch, mussten die Jungs manchmal auch machen irgendwie, ne? Ey, Mayonnaise. WM 90. Achso, 90 minus... Stimmt. Machst du 9. Voll fame war bei Bim Bambino. Bim Bambino. Bim Bambino, man. Ach man, so eine Typen mit so einem Buggy High Nieder. Ich kann auch noch Kibo 2. Echt, heißt das so? Kibo 2, Kinderboden-Turnen. Genau, schön getrollt. Kibo 2. Oh, mein erster Vereinssport im VfL-Dichtenrade. Die Abteilung hieß Knabenturnen. Fand ich immer ganz peinlich. Knabenturnen. Dann ist ja Kibo 2 noch echt cool dagegen. Abseits, 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 abseits. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Steck Zwiebel kennt das noch? Ich überlege gerade. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Dafür kennt keiner mehr Lemmy und die Schmöker. Habe ich neulich mal gegoogelt, weil ich irgendwie habe das... Ich habe nicht mehr vor das Auge bekommen, wie der aussah. Und da gab es echt auf Google ein Bild von. Also nicht der Wurm. Sondern der Typ... Ey, fliege. Oder siehst du, da schreibt keiner was. Lemmy und die Schmöker kennt keiner mehr. Heiko vielleicht noch. Ich habe die schwarze Socke im Tech-Rennweg. Judo fand ich, habe ich euch schon erzählt. Judo musste ich ja auch mal... Sind wir mal mit drei Leuten oder vier waren wir, glaube ich, am Anfang? Aus der Schule? Aus der Schulklasse? Ja, aber irgendwie fand ich das immer nicht so. Also ich fand diesen Bodenkampf immer so eklig. Wenn dann irgendwie so verschwitzte Typen sich so rumgewälzt haben. Viel schlimmer war aber dann später. Also ich habe es immerhin bis zum Orangegurt ausgehalten. Oha, Daniel! Cool, den Lupfer da vereitelt. Sehr stark gehalten. Und dann... Ja, dann kamen nämlich die ersten Wettkämpfe. Oh, rot. Oh, rot. Danke, Tom. Ja, Daniel. War echt cool gehalten. Gerade so ein Ekellupfer, ne? Wollt ihr dir so richtig schön einen reinwurschteln, ne? Trotzdem haben wir halt verloren, ey. Shit. Also Sport habe ich damals mit fünf Cheerleader gemacht. Echt? Ich fünf war, gab es sowas noch nicht. Cheerleader. Aber ist doch witzig. Oh. Jeden Ball kriegen die aber auch. Jetzt mit Ton bin ich zu ungelenkig. Ey, jetzt ist immer so eine Kackfliege unterwegs. Menno. Jo. Das ist auch schade. 5,0 war ich wieder auf falschen... ...in Liga 4 abgestiegen. Oh, oh. Also, 14 zu 0 Torschüsse. Mal kurz raus. Kurz raus alle. Okay. Liga 4. Neulich standen wir noch kurz vor dem Aufstieg in die 2. Das ist alles ja nicht so schön. 5 wären nicht so prall, ne? Ähm, so, wer fehlt denn jetzt? Wolle ist wieder da. Robert ist da Sache raus. Ähm. David ist da. Wo ist, ähm. Ist Mike auch raus? Wolleball-Staffel auf Handball. Torwart hat auf blaue Knie. Hochsprung waren die dich liebte. Kennt ihr das Lied? Ja, Paddy. Wer kennt das nicht? Mike hat sich ja... Mike verabschiedet. Der ist auch raus, ne? Ja, Paddy. Wir vermissen dich sehr. Soll ich dir von Timon ausrichten? Robert, ciao. Dank fürs Mitspielen. Mit richtig feuchten Haaren. Paddy ist nicht ausgelastet. Ja, stimmt. Paddy müsste eigentlich mitzocken, aber... Wer will, wer weiß. Wer hat noch nicht. Stufen mal so Stangen hochziehen. Hab heute echt Kreislauf. Du kriegst gleich Kreislauf, Paddy. Oh, weia. Das ist doch mal. So. Oh, Berliner ist. Oh, oh. Jungs, jetzt müsste... Tom Berlin gegen Berliner ist. Noch mal gucken. Ob sie bei uns reinschauen. Ne. Noch ein Grand Prix. Ab, bitte noch. Noch fünf Stunden. Robert, ciao. Hier sind sie zu dritt scheinbar. Trikot geht so. Ja. Drei Gegner beim Spieler. Äh, drei Spieler beim Gegner. Öh. Oh, gelb. Minimum. Verpiss dich. Ah, ich bin so klein für Kopfball. Da muss Timon reinrocken. Aber Timon hat den geschossen in Freistoßen. Oh, jetzt sind wir zu weit vorne. Paddy hat einen Fuß an der Kette und kann um Kreislauf. Warum muss ich gerade spontan ein Super Mario 64 denken mit dem... Mit der Kugel da an der Kette im ersten Level. Ah, Mati. Da muss er selber... Oh, 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 oh. Kann nix. Hallo, er ist am Wochenende. Eisfach. Ah, der Tom. Gleiche Idee. Heißt du, was habe ich gesagt? Tom hat die gleiche Idee? Ich habe es schon wieder vergessen. Jetzt mal, lass mich überlegen. Tom hat die gleiche Idee. Ah. Madin. Oh, schade. Kurze Eck fast. Ist das Deutschland? Berlin? Berlin? Berliners. Ja, klingt so, als wären es Berliner. Heimspiel, sozusagen. Ne, Quatsch. Regionalderby. Aber schön, da haben die schon geflogen. Die hat einen Fuß an der Kette und kann nur im Kreislauf. Ach so. Hast du auch an dieses... An dieses Teil da aus Mario? Das meinst du? Was da an dem Flock gekettet ist? Ich bin mal ein bisschen im Chat bei euch, sonst wäre Bombe geplatzt. Robert M. Rage. Und das als FIFA Community Manager. Ihr müsst euch immer mehr unter Kontrolle haben. Ihr habt doch eine Vorbildfunktion. Martin, du Holzfuß. Kettenhund. Wie sind die Kettenhunde? Ne, das war doch irgendwie eine... Eine Bombe, oder? War das ein Hund? Wo bin ich denn eigentlich? Mir ist das ja nicht so aufgefallen mit den Karten, mit den Fouls. Aber ich gucke ja auch immer noch auf den Chat. Hab heute noch kein Tor geschossen übrigens. Oh ja. Wolle. Deshalb bin ich... Entspann jetzt mit euch live. Echt? Ist es nicht noch beklemmender, wenn du jetzt zugucken musst und nicht eingreifen kannst? Ach, ich glaube, du willst einfach nur Formel 1 weiterdatteln. So. Außen. Ah. Ah, ob es jetzt war. Shit. Ah, ganz knapp. Ich glaube, falls ich Foul verkaufe im Po-Club, spiele dann nie in Team 1. Wieso? Wir sind ja jetzt wieder 1 hier. Ein Mix-Team sozusagen. Ich weiß gar nicht, wer fehlt eigentlich aus Team 2? Sonst, ich glaube, eigentlich Markus, ne? Weil Markus jetzt einfach, hat er gesagt, der hat jetzt nicht mehr so Bock auf FIFA aktuell. Hat einfach mehr Spaß an Formel 1. Gibt es ja einige Kandidaten. Gründen wir in Team 3? You know. Außer Konkurrenz. Liga 10, Matze. Ach, warte mal ab, wenn wir... Wir haben ja dieses... Weiß nicht mal, wir haben total spät angefangen mit Po-Clubs, oder? Haben wir auf Facebook schon Po-Clubs gespielt? Nee, oder? Du glaubt nicht. Oh, ich glaube, Martin war abseits. Neue Spielsituation? Höh, nein. Ich glaube, wir haben erst auf Twitch mit Po-Clubs angefangen. Weil... Penny und Matze in ein Team, die haben perfekt. Die Antwort lese ich jetzt lieber nicht von Matze. Ich habe gleich keinen Primanschluss. Ja, Robert. 22. Volle Länge. 22 Strecken. Ah, ein Lupfer sollte kommen. Blockt mich vorher. Ich wollte schön auf Schwarzwald, da. Auf Marcel. Äh, Markus, ne? Gibt's doch nicht, dass noch 0-0 steht. Ey, die sind nicht so wirklich gut. Ich erwarte jetzt hier zielorientiertes Handeln. Ah, da kommt der Ballverlust. Aber da ist er wieder. Zufahrlässig da. Musst du nur mit Julian regeln. Die beide sind dann Manager. Das wird perfekt. Kurzfassung. Fünf Runden. 22 mal 5. Ich weiß nicht, ob ich heute noch Formel 1 packe. Ist morgen eigentlich? Morgen ist Mittwoch. Robert hat doch Urlaub. Dann können wir auch mal nachmittags fahren. Ist morgen, ist Mittwoch. Donnerstag ist FIFA. Freitag, Sonntag mal gucken. Musst du ja auch, Robert. Geht ja gar nicht ohne. So, weiter geht's. Ich möchte hier gerne im Lokalderby einen Sieg sehen. Oh, da geht der Pass aber auch durch wie Gibt's nicht. Wie als hätten wir Momentum gegen uns. Wenn es das gäbe. Dann streamst du denn mal wieder, wof. Tja. Morgen wahrscheinlich. Zwerge zum Nachmittag. Ist halt schwierig. HP ist echt. Ich merke schon wieder irgendwie momentan ist halt einfach schon wieder fast zu viel im Programm. Das macht schon wieder, ist schon wieder ein bisschen anstrengend. Weil das ja halt immer nie allen recht machen kannst. Ich hab's so gesagt. Manchmal beneide ich so die, die 24-7 ein Jahr lang immer nur FIFA streamen. Oder immer nur WUF. Die haben aber gar keinen Stress. Die haben vielleicht mal mehr, mal weniger Zuschauer, aber die haben nicht dieses Ah, ich will das sehen. Oh nein, nicht schon wieder FIFA. Och komm, lass Formel 1. Wann streamst du mal wieder? Final Fantasy ist noch nicht zu Ende gespielt. Oh, was ist denn mit Last of Us? Oh, wann ist wieder Mario Kart? Und Mensch, Luigi's Mansion war auch toll, lass mal zu Ende spielen. Dadurch hat man zwar viel Abwechslung, finden ja einige Leute ganz toll. Oh, endlich war was anderes. Du hast nicht immer, also du hast nicht nur die gleiche Zielgruppe. Weil wenn jetzt nur FIFA, dann hast du halt wirklich, ja, viele Leute, die das schon ziemlich doof finden und die dann nur aus Mitleid reingucken. Aber ihr kennt's ja selber. Streamst du WUF? Sagen die FIFA-Leute, äh, was ist das denn? Wie heißt das Spiel denn? Ah, und wann gibt's wieder FIFA? Streamst du FIFA? Kommt die Leute dann, äh, FIFA, wann gibt's endlich wieder WUF? Und umso mehr verschiedene Spiele wir jetzt haben. Wir haben noch Formel 1 und Mario Kart noch. Und wegen mir noch Fall Guys aktuell so ein bisschen. Umso schwieriger wird's einfach. Ist echt so. Noch was Lust hast, weiß ich nicht. Ja, Klotzi, ist doch mal leicht gesagt, aber. Ey, macht ja, also, das mach ich ja eigentlich. Also, es ist jetzt schon, ich streame jetzt nichts, was mir keinen Spaß macht. Aber du siehst ja, wir kriegen es schon terminmäßig, ist schon echt schwierig. Weil, ähm, naja, die Woche hat halt nur sieben Tage und wenn noch ein, zwei, drei Tage wegfallen, wegen einem anderen. Ah, schön, ihr halten Daniel sehr stark. Aber WUF, ich glaube, morgen, ihr wisst ja, WUF mache ich immer nachts, wobei mir auffällt, dass bei Classic nachts relativ wenig los ist. eine Instanzgruppe zu finden, so nach Mitternacht, ist echt schwierig, abseits. Insofern, äh, ist doof. Ich würde unbedingt gerne mal in den Tempel von Hacker noch mal gehen. Hab mit Tomberliebem noch einige Quests jetzt da. Aber ich finde, ob es verwecken, keine Gruppe. vielleicht einfach morgen Nachmittag mal versuchen. Ähm, so bis um sechs, weil, ach nee, morgen ist ja Hallentraining, fängt ja dann erst um acht an. Oh, Timon, schade. Ja, wie ist Mittwoch spontan immer? Mal gucken, aber können wir tatsachen morgen Nachmittag machen? Nein, Tom, wir wissen, dass du Woff-Max hinterabschieden kannst. Ja, aber ich finde ja auch viele von euch jetzt nicht so spannend. Obwohl wir ein paar Woff-Streams hatten, müsste ja, haben wir auch eine Menge, einige neue zu zu bekommen. Sogar in die Gilde, in unsere Woff-Gilde. Und die sagen natürlich auch, ach Mensch, jetzt haben wir ihn über Woff kennengelernt. Jetzt sehen wir irgendwie nur noch hier FIFO und Formel 1. Das ist eben, ja, das ist einfach schon schwer. Oh shit. Oh, schön, ACP und nein. wer hat mir denn den reingelegt da? habt ihr den Bot gesehen? Ah shit. Oh, das Mimimi gibt es ja doch noch. Tom hätte den Absprung geschafft. Nee, wie? Nee, man ist ja nicht Mimimi, ist einfach nur so mal, ist halt so, ist halt schwierig. ist halt nur so eine Feststellung, Matze, ist halt so, wenn du echt jetzt nur ein Spiel streamst, guck mal, Stefanito, nur FIFA. hat ja kein Stress. Da wissen die Zuschauer, was sie kriegen und er weiß, was er machen muss. Oder er gibt auch genügend größere WoV-Streamer, die halt nur WoV und so. Aber irgendwie will ich ja auch selber so ein bisschen mal ab. Also, Malkat macht mir jetzt tierisch Spaß, muss ich sagen. Da habe ich halt richtig Bock drauf, aber ist dann halt schon terminmäßig einfach schwierig unterzubringen. Siehst du, wir finden ja kaum einen Tag, wenn der Montag wieder wegfällt durch mein Training. Wird öffert. Die treuen Opi-Ulters gucken eh mal zu. Ja, das ist dann der Opi-Bonus, ne? Denen ist dann eh wurscht. Die wollen nur Stimme hören. Und, ich habe ja den Vorteil, dass ihr euch inzwischen auch euretwegen ja hier kommt. Und ihr miteinander schnattern könnt. Spiel halt FIFA-Unwurf, Punkt. Wenn die Termine mal ausfallen, weil du keine Lust hast, ist auch keine Lust auf FIFA, das habe ich heute nicht dabei. Ja, ist ja auch gut. Ne, es ist doch, aber unterhalten kann man sich mit dir immer toll. Das ist die Hauptsache für dich, egal was du spielst. Snake freut mich. Ja, das sowieso. Aber, es ist halt auch so, ich meine, mich nervt es ja auch, dass wir zum Beispiel jetzt Last of Us nicht zu Ende gespielt haben bisher. Oder Final Fantasy. Ah, aber irgendwie, eben, wir streamen ja nun schon wieder fast jeden Tag, aber irgendwie fehlt trotzdem die Zeit. Verstehst du? Und irgendwie kommt immer was Neues. jetzt kommt da, dann 25. August kommt nochmal irgendwie ein paar Tage hier, New Age, äh, Quatsch, New World, New Age. Dann ist schon wieder September, dann kommt irgendwann NBA, da habe ich auch Bock drauf. Dann kommt auch, kommt Pro Evolution Soccer, wollen wir auch reingucken. dann kommt schon wieder Fifa und dann ist schon wieder um. Bei dem, wenn wir in Controller geflogen. Ja, oder? Kaktor des Tages. Danke. Yeah, geil, danke fürs Klippen. Ich bin nur wegen Paddy hier und Paddy nur wegen Matze. Tom erzählt gerne, wir erzählen gerne alles. Super. Guter Clip. Tja, perfekt, danke Matze. So. Ach, wir haben verloren. Durch dieses Kaktor haben wir auch noch, naja, was wollte ich sagen? Kurz raus hieß es, habe ich eben noch gehört. Alter, das war jetzt, ey, sowas von, unnötig. Oder wie zum Beispiel, also was ich auch beim lieben Lachs immer so schwierig finde, er hat sich da so verbissen in dieses Thema Story Games. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, also da gibt es vielleicht wirklich nur noch einen angespielt Stream mal, aber die kosten halt, gerade so Open World Sachen, denk mal dran, Ghosts of Tsushima oder wie es heißt, steht ja da im Regal, oh, ey, das kriegen wir einfach nicht gebacken. Da kann man echt nur mal machen, einmal am Abend so, komm, wir gucken mal rein, ja, ach so. Danke, Timon. Tom lost. Alle warten. Tom erzählt, ja, ja. Ja, ja, zum Spielen auf jeden Fall, aber zum Streamen ist halt, kostet halt, ey, diese Open World Spiele, die sind halt so zeitintensiv. Und wenn wir, also wenn im Oktober FIFA wieder richtig losgeht, ihr wisst, dass dann alles zu tun ist. Die EA ist schon nicht dumm, die halten uns schon wieder bei der Stange mit Aufgaben, mit Squad Battles. Oh, Italiener. Dann kommt Shadowlands irgendwann im Herbst, Winter, Wofferweiterung. Also die beiden Sachen sind eigentlich schon, da bist du eigentlich schon dicht. Da bin ich froh, wenn wir noch Mario Kart Abend unterkriegen. Eins nur noch. Ja. Ja. ja vieles wieder 407 um halbwegs mithalten zu können ist so das ist immer echt raffiniert gemacht allein diese aufgabenleiste in der musste habe ich auch gemerkt und wie als es dann luscher wurde und ich nicht mehr jeden tag gespielt habe dann schaffst du diesen dreißigsten level gar nicht um diese karte zu kriegen agis ball ne back his ball ball egal spielt ihn genau dahin kann die wahr sein mann 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 dank für den follow bei goalkeeper und noch ein torwart für das zweite pro clubs team ja falls also erstmal vielen dank fürs zuschauen und auch an alle stillen zuschauer danke dass ihr da seid und wenn jemand pro club ambitionen hat auch für fifa 21 meldet euch land die community schon mal kennen wir haben zwei playstation ein xbox team momentan natürlich ein bisschen flaute wie bei allen fifa 20 spielmodi so die luft raus ist aber ambitionierte jungs tolle community wer lust hat einfach schon mal auf den discord melden ausrufezeichen discord ansonsten spielen wir auch beginnt bei uns mit fifa 21 die wir spielen intern ultimate team liga mit mehreren liegen und pokal und saison 3 beginnt dann mit fifa 21 wie wusste eine große blonde timon warum konnte der da so durch hi we are italian wer kann italienisch scheiße andere ist nicht da you are welcome gg my friends from italy komisch der gegner hat gerade gerafft was für ein pressing man man oder die pressen richtig eklig und die sind voll bemannt ne elf leute kann nicht wahr sein netz zappelt aber mit links normal wird zum schuss immer geblockt von irgendjemand in der abwehr er trifft das tor einfach nicht das schlimme ist sich objekt ist aber fehlt irgendwie auch die zeit ja und irgendwann ist es halt wieder so dann kommen irgendwie auch richtig geile spiele überlegt man dann kommt im herbst auch noch assassin's creed valhalla ist auch völliges pflicht spiel also das wird dann doch echt ein open world wo ich doch ja also doch denke das muss ich spielen und auch streamen weil einfach das setting ist genau meins und dann ist also wirklich schon schwierig game for tonight with your opposing club yes we wish you a good game we hope we will win aber es wird für nichts rodi nachti zusammen rodi geht auch schon wieder ins bettchen und würde sich auch über den woff stream freuen aber dank dir trotzdem fürs reinschauen i'm the goalkeeper you know okay the goalkeeper gucken wir uns gleich mal an deswegen kann er so viel tippen oh daniel stark ich höre unseren danni swiss übrigens sprechen richtig schweizer schweizer weg doch schweizer hallo again julian training zu ende oh oh man wir sind in liga 4 abgestiegen latein reicht das latein leistungskurs ui irare humanum est latein hatte ich immer nicht hatte immer französisch und dann naturwissenschaft dazu genommen latein ist halt einfach fleiß auswendig lernen hieß es jedenfalls immer norddeutsch beste was heißt auf jeden Fall nervt mich die aussprache gg schon oben yes oh 6 zu 0 torschüsse italien too good servus 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 ach das ist eigentlich sonst deine gute nacht ja aber marvin hat servus gesagt marvin grüß dich dank für 10 bits na sonst immer marvins gute nacht 10 bits um die uhrzeit wo kommst du her fluch hört sich wie ein gedicht an 哦 ja mh na So, schön den Ball geholt da, ist er schon wieder da, bist du auch nicht. Schön, Daniel ist ja echt stark im Tor, oder? Ist man schon mal erwähnen lobend. Jetzt aber, los Jungs, wo ist eigentlich, Martin steht, ah schade, bei uns oder beim Gegner? Bin jetzt zu Hause, und wo ist ein Chantal, habe ich heute noch gar nicht gelesen, Chantal arbeiten? Wahrscheinlich, ne? Oh, Martin, Martin zieh, ah, da wollte er einen Dragpack ansetzen. Ist schon lange da, oh weia, da ist er ja, Chantal, was hast du schon, oh weia. Obie läuft, naja, auch sehr richtig ein Chantal, aber dazwischen war lange kein Chantal zu lesen. Am rödeln? Ach man, ey, ein Unentschieden wäre jetzt schon irgendwie cool. Zuhause am rödeln, ja, ja, ich weiß schon, was rödeln, so rummehren, dies und das, ei. Übrigens habe ich mir noch ein YouTube-Video zu Mario Kart angeguckt und wie man vernünftig driftet. macht es halt ja immer völlig falsch. Irgendwann muss ich mal üben. Gab es nämlich, oder gibt es ein schönes YouTube-Video, allerdings auf Englisch, aber ich habe es trotzdem verstanden. Da, David läuft, ah, schade. Ey, kommt den doch. Warum ist eigentlich Timon jetzt so klein? Timon 2.0, oder? Boah, schön geblockt. Alter. Der neue Drift gegen. Nee, aber jetzt verstehe ich immer, warum er mir sagt, ey, Tom, du musst mir driften. Ich dachte immer, R1 wäre, aber irgendwie muss man das noch schlauer machen. Weil dann gibt es ja hinten diese Wölkchen in verschiedenen Farben und dann den Boost, weil den Boost hatte ich nicht wirklich sichtbar. Wieso du dir die Hilfe im Spiel? Ja, Corinna, stimmt. Hat der in dem YouTube-Video auch gezeigt. Da ist nämlich schön ein Tutorial. Ah, schade. Weil ich mir irgendwie die Zeit immer nicht so nehme. Ist eben irgendwie, also ich könnte jetzt nach dem Stream sagen, okay, jetzt schaltest du mal die Switch ein und gibst mal eine Stunde driften. Aber irgendwie ist dann halt immer was anderes zu tun. Da musst du schon wieder Discord checken, Facebook checken, Insta checken, YouTube checken. Dann musst du den Stream hochladen, dann musst du das machen, jedes machen dies machen. Und dann ist schon, oh, ist ja schon wieder halb zwei. Ach shit, du wolltest ja noch bei Woff ein bisschen questen. Und dann fallen nur halb vier die Äuglein zu und du denkst so, okay, wieder nicht geschafft. Ich sag euch. Zeitmanagement. Was halt ganz schlimm ist, ist noch diese Videogeschichte. Ach klotzig, ich hatte mir übrigens das, was du mir empfohlen hattest, angeguckt. Das sah mir sehr ähnlich aus. Wie hieß meins? So optisch auch, so farblich. Das sah dem Wondershare Filmora ziemlich ähnlich. Das Schnippelprogramm, was du empfohlen hattest. Dann wollte ich es runterladen. Bei, oh, wo gibt es die immer? Diese geprüften Downloads? Bei Chip.de, glaube ich. Dann kam erst mal ein Rumgemecker von wegen, oh, ihr Adblock ist an. Und als nächstes kam beim Download ein Virus. Ey, jetzt haben wir echt verloren in Italien. Meno. Macht den Turm nicht so gut. Und Twitter. Oh. Ich denke, ich habe kein Twitter. Aber ich werde es schauen. Danke für das Spiel und GG. Ah ja, Shotcut. Ah ja, stimmt. Shotcut. Nicht Shortcut. Hatte ich mal kurz reingeguckt. Und da war irgendwie ein Virus beim Chipdown und so. Jungs, wie ist jetzt der Status? Oh, ich muss hier aufpassen. Ich muss jetzt mal auf Discord springen. Also. Timon. Schlaf gut. Danke fürs Mitspielen. Jo, Timon. Danke fürs Mitspielen. So, wer bleibt noch? Wer ist noch raus? Lohnt sich das jetzt nicht mehr, ne? Ja. Daniel. Toll gehalten. Und jo. Gehst aber auch jetzt, ne? Also gut, dann sind wir glaube ich jetzt übersichtlich. Guck mal, Team 2 ist noch da. Ne, Markus ist noch da. David ist noch da. Woll ist noch da. Aber das lohnt sich da nicht. Mit vier Leuten ist doof. Okay. So. So. Jo, wir gucken. Jo, wir gucken. Es ist jetzt eh halt die Luft ein bisschen raus, ne? Merkst du ja. Bei den Teams ist nicht mehr so der Hype. Aber so haben wir es wenigstens heute noch hingekriegt, ne? Vielen Dank fürs Mitspielen. Jo. Alles klar. Jut. Also haut rein. Ciao, ciao. So. Also, löst sich auf. Äh. Und haben wir es? Elbe. Elbe sind ja alle raus. Ist eben immer keine Ausdauer, die Jungs. Wie lange habe ich viel? Zweieinhalb Stunden? Ja, zweieinhalb Stunden. Naja, reicht ja auch. Zweieinhalb Stunden pro Club ist kein Virus drin. Normal wird immer falsch. Achso, okay. Krieg immer aber Schreck dann. Turm immer Panik. Danke dem 1. Daniel, danke für das Halten. Keine Ahnung, was sind für Fehler? Ab zu Wotung B2 Halb. Zeit und Julien vertraglich festzunageln. Wie jetzt? Erklär mal, jetzt habe ich wieder heute verpasst. Was ist mit Julien? Ab zu Wotung B2 Halb. Was wollt ihr denn beim Wotung B2 Halb? Echt? Ja, gut. 25 Bits HP. Ab zu Wotung B2 Halb. Vertraglich B2 Halb. Ja, jetzt würde ich auch schon an dich und Chantal gefunden. Das war eine höfliche Bitte, Corinna. Läft gern aus. Und jetzt? Ja, jetzt steht Tom da. Fetter Pro Club Stream. Und wir haben keinen Content. Weil sie alle gehen. So ist das. Tom lost. Koop-Fuifa. Mod-Team. Ach so, stimmt. Ja. Das machen wir natürlich. Ja, aber jetzt Formel 1 habe ich jetzt keinen Bock mehr noch anzufangen. Das lohnt sich nicht mehr. Fall Guys? Bei Woff langweilt ihr euch wieder alle? Mach Fall Guys. Abstimmung Woff oder Offlane? Okay. Ja. Ihr mögt Abstimmung. Tom muss gucken. Wie ging das? Das war bei Facebook einfacher. Wo hast du deinen Einsatz? Tom tanzt nicht. Pass auf. Frage. Wat nu? Das ist begrenzte Zeichen. Oh, jetzt war Bugs ärgern. Was war noch? Fall Guys? Woff? Ach so. So, jetzt wird die Hälfte wieder die... Ich sehe die Umfrage nicht. Ich sehe die Umfrage nicht. So, nun könnt ihr da. Wie klicken? Wat nu? Ball Guys oder Woff? Tom tanzt du uns Voll Guys? Ich spiele jetzt Voll Guys. Dann habe ich Dance Monkey im Kopf. Woff und Labern wäre cool. Aber Opie entscheidet. Spotify einschaltet. Tom, den kannst du mal sehen, wie... Wie Bits Chantal gespinnt hat, liegt das Herz noch auf 1000? Äh, 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 mhm. Ist gerade die Abstimmung drüber. Müssen wir gleich mal gucken. Ich bin für Onkel Matze momben. Oh, Pedi. Du machst die Sache nicht besser. Du machst die Sache... Ich sitze am Längern hier. Pedi Mäuschen. Immer lieb sein zum Matzelchen. Wie ich gar keinen Bock habe, nur auf Ultimate Team zu klicken. Ah, aber komm, in sieben Wochen geht es wieder los. Ah, ich kann die Kopfhörer abnehmen. Yeah. Yeah. Das ist auch so eine Sache. Ich liebe ja Spiele ohne Kopfhörer. Ähm. Voll Guys von Patch, oder? So, Abstimmung. Okay. Wo ist der Ergebnis? Ergebnis anzeigen. Ah, da hat doch die Hälfte wieder nicht die Abstimmung gesehen, oder? Tom in Ruhe lassen. Eine Stimme. Fall Guys über Bugs ärgern. Eine Stimme. Woff Zwerge langweilen. Neun Stimmen. 82 Prozent. Echt? Euer Ernst? Ach, lass doch den Pedi immer. Dann sind die ganzen schön. Sind die dann auch im VOD? Sind immer Pettis Kommentare weg. Das war gelangweil. Aber Pedi. Thomas Müde. Ne, ach, das mache ich sowieso an. Guck dir eben dazu ein bisschen. Ja, müde bin ich schon. Wie gesagt, von der Sonne halt irgendwie. Das war irgendwie die Äuglein so ganz klein. Hat deine Playstation noch Speicherplatz? Achso. Weiß nicht. Weil meinst du, ist ein bisschen voll? Ja, geht. Ich glaube. Musik ehrlich gesagt gar nicht. Speicher mal gucken. Aber es hängt ja eine externe dran, Chrissy. Ich weiß aber nicht. Manchmal habe ich schon Sorge, wenn du jeden Rotz installierst. Also die PS Plus Sachen installiere ich ja schon gar nicht. Es ist schon. Oder? Aber müssen wir, wie ich die halb voll wegkriege, am Call of Duty löschen. Da haben wir erstmal gefühlt, zweiter Arbeit wieder frei. Dieses Spiel, oder? Die Kommentare sind noch da. Musst du nur Pedi anlegen. Ah, das ist schön. Wie ist Crash Bandico Racing? Na gut, wenn du keine. Also ja, kann man spielen. Wenn man keinen Mario Kart hat. Aber es halt, kommt nicht so ran. So, war kurzer Frage. Worum geht es hier? Haha, Robert, Abstimmung verpasst. Und nein, für Formel 1 wird es mir zu spät. Nicht traurig sein. Weil, aber es ist schon 11. Das ist dann so. Lohnt sich nicht mehr. Einfach Pedi-Muppen. Jetzt haben wir nur gerade den Speicher gecheckt. Ja, wir hatten die Abstimmung. 82% möchten noch bei Zwergen zugucken. Robert, leider gar nichts für dich. Formel 1. Freitag, Sonntag, Formel 1. Ja, morgen Nachmittags Zwerge. Donnerstag FIFA Sub Games. Sonnabend, Geburtstag. Also nicht meiner, aber bin ich nicht da. Ich habe immer noch keine Lösung für Mario Kart, wenn wir das jetzt machen. No Signal liegt wahrscheinlich daran, dass wir umstecken müssen. Jetzt sitze ich bei Woff mit dem Hertha-Shirt. Das ist ja irgendwie auch blöde. Oder? Jetzt muss ich hier alles rüberschieben. So, jetzt müssen wir Woff starten. Jetzt ist hier alles. Oh, wenn es einmal von einem kleinen auf den großen Monitor rüberswitcht, sind die Fenster alle schief. Ach, doof. Sonntag Mario Kart. Tja, Corinna, wird richtig schwierig. Weil schon so viel Zusagen sind um Formel 1. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir Formel 1 auf Freitag legen. Der Hertha muss immer und überall getragen werden. Oh, Timon Schneider 2.0 ist da. Ich verziehe mich ans Meer, die Tage braucht Ruhe. Können dir. Ist ja nicht so weit, mach dich nackig. Matze, nein. So, wer spielt denn? Sabrina spielt Woff-Klassik auf Luzifron. The Morty ist auf Evaluk. Und Lachsi ist auch auf Evaluk. Ach, nee, dann werde ich gleich geninjagt bestimmt. Siehste, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Komm ich vom Regen in die Traufe. Nix ist mit Ruhe. Tom, kein Signal. I know. Matze, ich muss erst starten. Aber danke. Komm jetzt umschalten tun. Bildschirmaufnahme, nein. Woffspielaufnahme, ja. Und kling, Zwerg ist da. Wie wäre es, Liga F1? Nee, heute nicht mehr, Daniel. Das wird mir zu spät. Dienstags ist ja immer nur relativ kurz streamen. Ah, wir können noch ein Woff-Chill-Out machen. Gegen mir jetzt. Uh, noch schnell so ein Weihnachtsmann-Bart dran. Stimmt's auch für die Zwerge. Tom, der Rest stimmt ja. Was? Anja, nochmal. Uh, noch schnell so ein Weihnachtsmann-Bart. Dann stimmt es auch wieder für die Zwerge. Ach, jetzt verstehe ich. Ja, weißt du, die haben alle irgendwie... Sind da halt nur Zwerge. Auch in Classic. Und das ist eine Zwergenfrau. Außer der Sparmarkt. Der ist ein Gnome, aber der zählt nicht. Das ist nur der Bang-Charakter und der Entzauberer. Wieso machen wir keine Abstimmung? Geht das im Discord? Ähm, naja, weil Abstimmung ist schwierig. Osmut ist gut, ne? Osmut ist der Krieger. Mut von Mutig und Osgut ist Gut von Gütig. Das ist immer der Heiler. Der hieß schon zu Vanilla so vor 15 Jahren. Ähm, Anja weiß das noch. Titel ist noch falsch. Jo, klick gerade drauf. Stream-Info bearbeiten. Ähm, blick die aufleveln. Können wir lassen. Fußball muss mal wegklicken. RPG, MMM, OPA, BG, MMM, 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 MMM. Ja, ne Abstimmung im Discord, ist ne gute Frage, weiß ich gar nicht, Corinna. Weiß ist einer von euch? Discord, ne Abstimmung? Weiß wo wir eine machen könnten, aber da sind viele nicht auf Facebook. In ner Gruppe kann man Abstimmung machen. Da kennt, ich öppe auf einste, ne? Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen, euch ein Angelegen. Ach, wenn ich ja für euch morgen... Ah, ihr habt doch Urlaub, oder, Corinna? Meine Frau ist auch ein Gnome. Du musst das schon richtig entscheiden. Oh je, diese Verantwortung. Mal schlafen, lächelndes Gesicht, euch noch einen angenehmen Stream und bis demnächst. Tom B, 2,5 Tom B, 2, Love. Man sagt ja immer Tom B, 2, Love. Tom B. Tom B heißt es. Das kriegt man übrigens vorgegeben, dummerweise. Kann man nicht beeinflussen, wie die Emotes heißen. Ist halt ein bisschen doof. Corinna, danke für 10 Bits. Und danke, dass du mich mit der Entscheidung alleine lässt. Ne, passt schon. Könntest du über Stropol hosten, die Umfrage? Oh Gott. Kompliziert. Aber ist trotzdem schwierig, weil... Weil es im Prinzip ja sind ja die Mario Kartler, die sagen alle safe Montag. Sonntag. Und die Formel 1ler sagen auch alle Sonntag. Und da es mehr Formel 1ler als Mario Kartler im Discord sind, ist es schon schwierig mit der Umfrage. Ich kann natürlich auch... selber entscheiden. Vielleicht gehe ich auch nicht zum Training, weil das ist halt das Hauptproblem. zu entscheiden, weil... Also ich will es euch erklären. Also ich will es euch erklären. Es ist ähnlich wie Pro Clubs. Ja, ohne Witz. Wir arbeiten mit der gleichen App. Mit Spieler Plus. Also Mittwochs ist mein Vereinstraining. Da sind wir eigentlich immer genug. Ja, auch wenn es momentan so eher nur 10, 12 sind, aber es findet immer Training statt. Das kann man halt planen. Aber Montags ist halt Handball Betriebssport der Berliner Feuerwehr. Und ja, da ist halt die Personaldecke wesentlich dünner im Betriebssport. Und auch bei diesen Leuten die Motivation, diese Spieler Plus App zu nutzen, eher so wie bei unserem Pro Clubs Team. Ja, also das heißt im Normalfall sitzt du montags, also es fängt 20 Uhr an, sitzt also montags 18.30 Uhr und denkst so, okay, drei Zusagen. Also entweder fahre ich jetzt hin und fahre frustriert wieder nach Hause, weil es nicht genug Leute sind. Oder ich fange jetzt an, anderthalb Stunden vorher, alle einzeln per WhatsApp anzuschreiben. Und wer macht das immer? Tom. Tom hat wieder die Arschkarte. Ja, weil ich der Einzel bin, der sich denkt, ey, wenn sich jetzt keiner kümmert, dann kommt auch keiner. Dann fährst du wieder nach Hause, hast umsonst Tasche gepackt, bist hingefahren. Stehst dann auch rumquatschen, ein paar saufen dann Bier. Bier schmeckt mir nicht so super, dann fahre ich also ohne Bier nach Hause und denke, toll. Hättest du auch schön streamen können, zum Beispiel Mario Kart. So. Also, was tun? Bis jetzt sind es vier Anmeldungen für Montag. Ich kann wieder nicht planen. Tom, kümmere dich halt nicht drum. Ja, aber dann ist halt, ich meine, ich gehe auch gerne zum Training, weißt du, ich muss mich auch bewegen und mache den Sport gern. Aber irgendwie ist es eben dann immer, hast du immer dieses, wenn du dieses Kümmer-Syndrom hast, hast du irgendwie immer die Arschkarte. Ja. Und auch Training gut ist. Ja, und wenn China kommt, dann ärgere ich mich. Ich denke, scheiße, hättest du doch mal eine Kart machen können. Aber Paddy wäre ja trotzdem nicht da. In der Aktualisierung von Discord gibt es leider noch keine Möglichkeit, mit Wortmitteln eine Umfrage zu erinnern. Paddy böse, Paddy fliegen. Paddy, pass auf, sonst bist du wieder weg, was hat er denn gesagt? Oh, nichts gegen Bayern. Paddy ist aber auch immer echt auf ganz dünnem Eis. Tom, Lachsi hätte Lust auf Zülferrak? Ach so, ja, das hatte ich ja versprochen. Stimmt, ich habe gesagt, ich helfe Morty und Lachsi durch Zülferrak. Da muss ich aber den Großen nehmen. Oh, das ist gut, das ist zu Lüt noch. Kann man machen. Aber dann gehe ich nicht in Discord, das kriegen wir so hin, oder? Weil, ich war gerade zu froh, dass ich einen Kopfhörer wegmachen konnte. Ja, stimmt, hatte ich ja noch mit Morty gesagt, wenn ihr Lust habt. zu fahrrad dd luken vergruppen ich komme jetzt noch zu fahrrad am schnellsten die ärzte lassen wir mal drin hatte mal zu fahrrad ist an der kontinent muss ich google ja dann müssen wir nach theramor ach so der hat ja schon fährt hat plötzlich auch was gegenwärtig gesagt die ramo warte mal jedes mal hier danach denken ist hier oben oder unten hier oben geht es nach oberlin zu helfen also wenn ich im klotz die 30 minuten und die sagen bescheid die zweite hier ständig gegen die regeln verstoßen ach komm du hast doch spaß das ist ja was zu tun beim outen beim outen so bleibt ihr auch gut im training meine meinung dazu ich hoffe ja dass irgendwie hat da neue gifys macht zur neuen saison unfassbar hier immer wieder gut oder ritchie kurve ums nicht so verrutscht du musst beim bremen aufstellen nicht irgendwie ist teddy auf dem schaut schräg ich chantal ja deswegen haben wir jetzt auch eins ohne und hoffentlich bald eins mit amazon könnte man den suche nach gruppe kanal verlassen und könnte mich laxi dann mal netterweise einladen oder mord wahrscheinlich haben die noch gar keinen tank so wir stehen hier alle warten auf das schiff alle nicht wurfler wir sind auf dem allianz kontinent deramor ist die hafenstadt die übrigens in erweiterung dann zerstört worden ist ist der schnittpunkt zwischen den beiden kontinenten zwischen den könig östlichen königreichen und kalimdor ja wir fahren über dieses große meer genau in der mitte fahren wir rüber und deswegen warten wir halt auf in classic ist halt alles so schön entschleunig guck mal da hinten siehst das schiff kommen im retail da nimmst du einen ruhestein oder beamst durch ein portal klick 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 und zack bist du überall die musst du halt richtig reiten laufen aufs schiff warten ist halt so jetzt kommt penny ist doch aber gar nicht wie kommt ihr mal auf penny ist das doch gar nicht im gespräch oder ich höre immer nur was von amazon und tesla wäre wiesenhof nicht frei ok ok so jetzt mal warten bis das schiff ablegt nein es ist nicht wirklich penny im gespräch oder ihr treut mich doch jetzt ihr treut mich ist eigentlich ach man ich weiß gerade der sound ist noch voll niedrig weil wenn ich jetzt spiele auf dem monitor und die auf dem nebenbei twitch oder youtube gucke dann ist es immer voll zu laut das wurf deswegen heißt immer runter gefahren habe ich war 50 prozent war richtig ja mord die hat ist ja auch versprochen wo sind die denn ich gucke mal hier auf gilde die ist schon in tanaris laxien aschen logg dann ist im match schnell suche ach so bei overworld später und martin sabrina ist auf luzifron und unsere gilde guck mal wir sind alle drei online ach so lag sie ist oft der kleinen ok der b er wird sponsor verhärter wie wiesenhof ist von bremen becken echt weiß ich nicht oh die ist noch kurz afk aber gleich wieder da und lachsie ist mit priester unterwegs aber lachsie wollte hast du nicht gesagt lachsie wollte nachzuhörer da bin ich schon wieder fremd gesteuert siehst du bist schon wieder ausgeliefert ist ihm immer ist ihm immer so eine sache so jetzt alle los hoppeln wir sind jetzt auf der anderen seite terramor wir sind jetzt auf terramor angekommen und nehmen dann den flieger und hier kann man die ganzen quests die muss ich alle noch fest zum fessermoon da könnte ich aber eine quest abgeben so jetzt musste ich hier umsteigen ins flugzeug vom schiff zum flugzeug und dann nach gatt gezahn nach tanaris fliegen also ist geschild unterwegs ja immer wenn das herr obdorf hat dann soll er mal umlocken so 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 Wir gucken, jetzt geht's ja wieder, sorry. Das hast du wieder vergessen. Da hast du mich jetzt mit 200 Bits gerade in der vielen Dank, Chantal. 200 Bits, aber ich für die hübschen Zwergennamen jetzt echt? Findest du die wirklich niedlich? Ja. Also ohne Witz, dieses ganze Tomberlin, das ist kein Quatsch. Ich habe... Äh, ja. Achso, ja. Ja, warte, äh, nee, jetzt schreibe ich ja hier. Ach. So, okay, haben wir mit dem Klaxi gesprochen. Ähm... Nein, das Emote. Das Emote, Demi-Mote. Achso, ja, wo kann ich denn das sehen? Moment, Moment, Moment. Das muss ich zwischendurch immer noch lesen, was Klotzi gemacht hat. Achso, mit Vereins-Prashing? Ich weiß nicht, was weiß ich noch. Äh... Habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ähm... Emote, Emote, Emote. Oh, Pantau ist über mir. Der lieber Heinz, im vierten Monat. Kanu. Wolfseule. 17-Mann-Rate. Krass, war neulich, war ein Super. Heute war gar kein Rate. Alles klar, mach ich. Stream, finito und dann DC. Äh? Nee. Achso, ist mir egal. Ähm... So, Morty ist auch Reh. So, jetzt wollte ich was, wollten wir gucken. Wir wollten gucken. Ähm... Wir wollten gucken. Chantal... Ey, wo sehe ich denn das? Ähm... Ich bin gerade echt da echt ein bisschen über am überlegen. Und wo ist sie denn auf dem Laufbahn? Oder... Sieht man das? Sieht sie denn nicht selber, wenn sie oben auf die Liste klickt? Aber am Handy weiß ich nicht. Dann sieht man doch immer selber seine Position und die Punkte. Ich sehe das gar nicht. Was? Was ist eigentlich? Eine Rangliste? Eine Bit-Rangliste. Auf dem Laufbahn müsste sie eigentlich auch sein. Das müsste eigentlich auch immer so ziemlich stimmen. Ich muss mir sie momentan auch erkaufen. Eine Bit-Rangliste. Eine Rangliste. Das weißt ja... Weißt du, selbst mit mir wird es kritisch bei mir. Ja, mit Lachsi in den Instanz gehen ist halt immer wieder spannend. Mit so einem herrlich verpeilten Jäger. Ja, gucken wir das Laufband. Ja, Laufband. Du musst Tom den Stream erklären. Ich muss Tom mal den Stream erklären. Nee, wieso? Wann ist das denn? Nee, Laufband hast du jetzt auch vom Laufband? Oder wo hast du es gefunden? Oder? Hast du es woanders... Also Laufband wäre ich jetzt auch noch gekommen. Schön, ey. In der Rangliste unter Chia. Aber die geht bei mir nur bis Platz 10. Ah. Ah, von der App. Ah, die sehe ich hier nicht bei mir. Da muss ich in den Live-Kanal gehen. Du meinst, das Stream-Elements-Leaderboard. Stimmt, da kannst du auch noch gucken. Aber das sieht man auf dem Handy nicht, glaube ich. Info-Stream-Panel. Oder sieht man, auf dem Handy sieht man die App, glaube ich nicht. So, ich muss erst mal gucken. Haben wir einen Magier? Ja, wir haben ja einen Magier. Hat er sich denn Morty gemeldet? Was er überhaupt mitkommt? Ah, bis am PC. ich glaube, am Handy sieht man nämlich dieses Stream-Elements-Leaderboard. Siehst du am Handy nicht. Bei mir bugt es auch gerade, lädt irgendwie. Aber ich glaube, wir haben es ja. Ich glaube, wir haben es. Morgen Atlanta gegen PSG. Tommy Amorti sagt, der kommt mit. Jo, der ist fein. Ziehen wir mal kleinen Lachsi da durch. Theon ist ja da. Grüß dich. Stimmt, habe ich vorhin schon mal gesehen, glaube ich. Sorry, gar nicht begrüßt. Doch, die Panels siehst du, Theon, wenn du am Handy auf Info gehst. Ich gucke jetzt selber mal am Handy. Uh, äh. Die Musik hier war irgendwie im IOD immer furchtbar in Zulfahrack. Ich mache jetzt mal aus. So. Also, ich gehe jetzt mal auf meinen Kanal. Plup. Oh, ich bin ja live. Und dann. Öh. Was soll ich jetzt in der anderen Ansicht? Ich bin irgendwie im Dashboard. Ne, wenn du auf den Kanal gehst, dann hast du ja unten Startseite Info Zeitplan. Dann gehst du auch einfach auf Info, dann siehst du die Panels. Aber du siehst dieses Stream Elements Plugin, und das siehst du nicht auf dem Handy. Daniel, danke für den Host. Klär doch bitte nichts im Zwilligen. und da drin. Unerheilung bei Mappe. Oh! Da sind sie ja schon bei dir. Jetzt waren aber schnell da. Guck mal, da ist Timo, äh, Morty, Timo, Timo, Timo. Und Lachsi ist auch schon da, die Schnecke. So. Morty, ja, ich, wolltet ihr jetzt Discord dann doch, oder nicht? Mir ist wurscht. Ich meine, so viel kann man ja da nicht falsch machen, wa? Wir können aber auch ein Discord mit Morty und Lachsi, wie ihr mögt. Ähm, an die Lachsi streamen. Dann lass ihn ruhig streamen, alles gut. Dann, äh, wir haben Lachsi dabei. Ja, Risiko, Morty. Danke fürs Wasser. Ähm, dann zieht mich mal um. Ich zieh mich mal um. Heilhämmerchen und Schild und wegen mir können wir los. Achso, wir brauchen einen Tank. Lol. Und mal Gruppe einladen oder so? Wollt ihr in? Komm, wo wollt ihr hin? Nach Zulfarak mit Morty ist Tadir, die menschliche Magierin. Und naja, den verpeilten, die verpeilte, erotisch tanzende Jägerdame. Die dürfte ja jedem bekannt sein. Doch, liebe Lachsi. Ich bin mal aus, heute schlaf gut. Klotzi, schlaf gut. Dank fürs Zugucken. Und, äh, Tadir zeigt auf euch. Ja, habt ihr eine Gruppe? Was ist denn anstrengend? Kommunikation. Hallo? Maxi-Tanz für dich, der Schlingel. Also, oder sollen wir doch im Discord? Also, die Hohen vom Discord? Skena. Skena. Jetzt ist Multitasking, jetzt kommt ein Raid. Lachsi. Ey, du solltest doch weiter streamen. Ah, siehst du, das ist etwas einfacher. Ja, ich habe jetzt gerade schon geguckt, ob ich zu euch komme oder zu mir. linie? Lachsi, danke für den Raid mit zwei Zuschauern. Herzlich willkommen. Also, muss ich doch wieder das Ding aufsetzen. Nein, aber sie haben schon recht, die beiden, sonst wird's doch gerade in der Eni ein bisschen schwierig. müssen wir mal gucken, dass wir die Lautstärke richtig schön hinbekommen ihr wisst ja, Discord und Tom und so Audio ist immer so also hier ist Kena mal beim Fisch gucken, äh beim Lachs da ist auch Kena so dann ich mal ins Tanzgruppe, mal gucken, ob jemand kommt Neuerwähnung oh, ich darf Discord gar nicht anmachen, ich hab schon 27 neue Mitteilungen HiChat also doch HiChat wo hab ich denn den HiChat natürlich achso HiChat an, oh ich dachte jetzt in Lachsis in Lachsis Discord, jetzt hab ich schon eben jemand gehört Morty Morty klingt gerade ein bisschen leise ziehen wir mal ein bisschen hoch hier naja dann jedenfalls mal, hatte ich ja gesagt, wir können mal gehen, aber du warst auch schon drin ne, eigentlich muss nur der Lachs da noch drin aber wird immer lustig, eine Instanz mit Lachsi war schon neulich im Verlies nicht aber da war auch echt die Gruppe ein bisschen anstrengend und er war als Heiler drin, das war schon ja ja, das stimmt so, können wir mal horchen, Lachsi ist noch am suchen doch einfach Sammeltaxi suchst du schon Tank? nö, ich dachte ich komme in eine fertige Gruppe als immer Heiler ja hast du richtig gedacht Tank für Sulpharag nachts halb zwölf wird schwierig ich bin ja auch noch in gar keiner Gruppe Hallöchen bollocks so bollocks ich muss mich natürlich dort zu den Beugen also das nächste Mal, Tom, ich bin bei mir schon in den Chats drin du brauchst nur bei Sammeltaxi rein, dann ziehe ich dich rein das sind versteckte Chats ach so, ich habe eben bei dir durchgeguckt und habe niemanden gesehen du siehst den VIP-Streamer-Bereich nicht wenn du nicht drin bist bin ich kein VIP? ist ein Skandal Skandal Lachsi äh, Quatsch, Matze, wie laut ist der Lachs? kann man, kann man beide gut hören? sagt natürlich keiner was ja Morty ist ein bisschen leiser aber ich bin schon mal hochgestellt der ist gut Lachs ist lauter als ich nur das darf gar nicht sein oh, diese Unterdrückung naja Lachs erst einmal steht aber ich sag das nicht so abwerten mit zwei Personen geradet Tom das habe ich nicht habe ich nicht gesagt ehrlich nicht ich gucke mir das Video an habe ich nicht gesagt ich lese immer vor wie viele Personen haben wir schon einen gefunden ja, was? nee, ist eine Idee ah, ich habe schon einen du hast echt einen Tank? ja du hast gesagt hier mit Imba-Gruppe ne 55er Heiler und 48er Imba-Mage wieso? ich spreche da für mich selbst ja Morty hat übrigens ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein muss ich schon mal in dem Chat mitteilen aber er spielt auch sehr gut ein Wurf-Veteran habe ich doch nett gesagt oder? jetzt ist er leiser passt danke dir und Morty hört da auch ein bisschen Levi regelt okay Morty ist schüchtern so, wen haben wir jetzt? der Krieger ist aber ein DD sagtest du, ne? ja, hat er zuerst geschrieben naja kann auch oft tanken Tom heilt alles weg so, also für alle Nicht-Wurfler wir gehen jetzt mit Lachsi als Jäger mit Morty als Magier mit mir als Heiler ich hoffe, störe dich nicht dass noch ein Paladin-Tank da ist nee, da brauche ich nichts mehr aber Paladin-Tanks sind mir am liebsten die brauchen selber Mana das stimmt die können nicht vorweg rennen und die sind der ist in Ironforge und der ist in Thanars gut brauchen wir nur noch auf den Tank warten Porten können wir leider nicht ich tanze mal in der Zeit für Marze könnte ich nicht für uns nehmen war ich mit der Oper auch noch unterwegs aber wieso der Tank ist auch schon 53 vielleicht braucht er noch die habt ihr die Quest euch geholt Lachsi bestimmt nicht, oder? Tom doch ich hab sie die für die Moe Echt jetzt? natürlich hab ich die ich war extra hier schon in dem Gebiet ich bin schon seit genau zwei Wochen geführt in dem Gebiet und warte nur noch dass mich jemanden mal fragt ob wir zu Frag machen wollen nee, nee dann meinst du was anderes ich meine nämlich die Quest Nack bitte Conny meint bitte ausziehen für Matze ja, alles klar was meint ihr denn für eine Quest dann haut mal raus die für die Moorrübe und die gibt's nämlich nur im Hinterland die Vorquest ja, dann haben wir ja drüber geredet dass wir die mal machen können auf jeden Fall jetzt hab ich ein Ring ausgezogen reicht das? die wollen mehr sehen oh, guck mal Schlippi ja, mal Umhang weg so, was haben wir noch hier Matze? oh, Matze kriegt Auge guck mal Gildenwappenrock der bleibt dran nee, der muss auch aus okay, Lachsi noch etwas laut ist ja nicht zu fassen ja, ich hab mein Mikrolader gemacht ich will immer lauter sein als zu Tom nein, ich hab nichts gemacht genug Nacktheit für den Abend wir anziehen hier oder dir auch nicht oder auch nicht muss man natürlich mitziehen wenn du da dir nackt daneben sitzt steht jetzt sieht sich Morty auch noch aus eigentlich ist der Streamer ab 18 warte ich erstmal schnell den Käse dann kann ich mir auch mal welchen Käse sag jetzt nicht welchen Käse ich geh gleich nochmal entleeren alles zufällig einen Hammer ja, Tom hat den Hammer Tom Beste so Kawa auch oh, schade ich bin nichts Besonderes der Tanz von den Menschen die sind das geht Dixer, nix haben noch Unterwäsche an ich glaub Office ab wann ab 6 ab 12 aber ich finde die Lachsdame die sieht schon etwas kräftiger aus im Körperbau oder? das sieht nur so aus gar nicht passen komisch von mir verlangt da kann ich ja zu wenig Bart ne das wissen wir ja schon aus Herderringe von mir verlangt keiner mich auszuziehen ich bin irgendwie da würd ich mir mal Gedanken machen woher kann das liegen? ich geh mich mal hier kurz entblättern also Inventar anträumen trümpeln ich stand vor zufragsage hier wir müssen nochmal zurück Inventar anklären Sauerkraut wo ist Tom? Tom hat die Kamera Tom ist jetzt hier und hat sich auch ausgezogen so wenn ihr mal was richtig erotisches sehen wollt außerdem gucken wir hier ins Mondlicht hat sich ausgezogen obwohl keiner gefragt hat das müsst ihr gleich noch dazu erwähnen ja so diese komischen Trollstammeshalsketten das war doch für eine Quest die tanzen halt so doof die Zwerge aber wir haben in super schneller Zeit eine Gruppe gefunden wir haben einen Tank gefunden innerhalb von nicht mal drei Minuten ich bin begeistert nicht schlecht natürlich gedacht gab es denn hier auch eine Bank ja oder gab es auch eine Bank stramme Waden vor allen Dingen größere Füße Hobbit Füße so stop Motti hat den Schrumpftrank genommen wir haben den Iren und den Russen Tanzkern ist ja geil jetzt fühlst du dich mal größer Tom das ist doch cool ja da kommt Macarena was habe ich hier eigentlich für Blödsinn in der Tasche oder Witz jetzt sehe ich aber irgendwie echt ein bisschen zu groß aus ich könnte ja auch einen Schrumpftrank nehmen noch gar vorgaben nee das war das falsche kann dauern ein paar Versuche nein ey warum passiert das nicht hier sind eigentlich alle da oder oder wie oder was der Tank ist jetzt bin ich geschrumpft nahezu da okay der ist schon Terramor der fliegt jetzt wahrscheinlich gerade hier rüber aber ich bin klein geworden aber es glätt geblieben was kann ich weglegen ah oben ja jetzt bin ich kleiner zwerg noch ein kleiner zwerg jetzt passt fast in der größer nur fast ja ja wir gehen zu verrat mit drei guildies guck mal hier läuft kleiner als hier steht ein bier krok kann ich aber nicht anklicken ist ja niedlich wie lange bleibst du jetzt so klein zehn minuten ist ja cool warte erst mal bis du rixi slag sie ja warte mal ich habe vielleicht noch was für ich weiß nicht ob ich das maxi guck auch bist du niedlich jetzt bin ich noch kleiner macht wenn ich raubt nicht rauf treten kannst du das gebrauchen haben ja besser als nix nehmen wir mit rüstungs dankeschön die kontrollinstanz zu verraten ja hier unser laxinator war noch nicht drin mit seinem jäger da gehen wir mal schnell durch warum ist tom so klein weil er diesen loggger trank getrunken hat der macht so dumme sachen entweder macht er dich zum skelett oder macht dich klein was gibt es noch mort die gab noch was drittes oder vielleicht die feder ach so das ist ja auch cool ja ich möchte bitte das du kannst sogar also klein aufs pferd steigen das sieht so wie oder was jetzt kommt einer ah der ist da ok cool ja pfeil hab ich genug sollte passen oder ist so groß so so ding braucht ihr noch hilfe lassen wir sind gerade voll ist ja schön dass ihr zusammen geht ja hat endlich mal geklappt ist schwierig weil zwei streamer die immer parallel streamen naja aber jetzt haben wir einen schnellen tank gefunden ich gebe allen segen der rettung sagt carver ok feurige waffe aus seiner waffe was wollt ihr denn so an den kriegt der bauft alle segen der rettung ich habe keine ahnung was er redet also ihr könnt ihr euch von mir wünschen entweder mana oder könige da hätte ich gerne mana laxi auch oder jäger nehmen eigentlich auch mal den mana buff bitte auch klassik oder ob sie ja jari tom zieh dich wieder an stimmt ich wollte nicht nackig durch die instanz konny hast recht naja nein 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 unterschätzen zwar so auf geht's zu farag auf net gecheckt aber schaut er noch gerne zu freut uns ja würde gerne weisheit haben okay dann machen wir mal also ich kriege weisheit der weisheit dem kriegen wir geben wir macht laxi ist nicht in reichweite ja genau laxi kriegt auch mana gut und haben wir zweimal auren wir haben ingabe und vergeltung jo passt kann los jeden jetzt bekommt tom seinen zwerg noch schnupfen ja hat er sich an jetzt achso man muss trinken nö dann haben wir wasser vom lieben morty immer erst hexendoktern der wird ja gucken wie schnell die umfallen danach schattentypen dann diese jäger okay knorren ist aus ah ja laxi jari spielst du auch classic welchem welchem server oh lange nicht gespielt paladin ey jetzt diesen krieger übrigens jetzt echt auf 35 gestern gemacht konnte jetzt alchemie 300 ich war ein bisschen zurückhalten er gibt sogar noch erfahrungspunkte die sind noch grün so cool weil ich mir bekomme ich popo nie paddy schreibt gerade durch milch bekommt er popo nie sa naja so lange es kein feuchter auswurf ist ja ja ach fädilein so warte mal wir können ja auch manner siegel der weisheit mal geben ob ihr das merkt oh ich habe gerade einen siegel der weisheit bekommt falsch das ist auf dem mob lag sie das siegel ist auf dem mob und wenn du den mob triffst dann stellt das mana wieder her dann guck mal der mob passt aber ich weiß gar nicht ob das bei fern angriffen und das meilen hier es ist ja auch bei meinen eigenen war für sehr gemacht habe ich panne ist ja auch wie so gechillt beim heilen also es ist irgendwie ja kein mannach stress ja aber was mutig da korrigieren wir schon wieder falsch gesagt er hat dann macht ja mehr angriffskraft und das andere bringt die wieder als bis level 15 jahre ist im stream sagt habt nur bis level 15 auf everlock gespielt mir war mir zu anstrengend es entspannter das stimmt natürlich aber irgendwie ist classic so wertiger man freut sich so noch mehr über die sachen und es ist entschleunigter so ein bisschen sag ich immer aber man braucht schon ein bisschen geduld und noch mehr zeit das stimmt die bitte bitte auch ich freue mich auf ein Retail das stimmt die Tegs war gleich lila Ja, zu Shadowlands ist das natürlich auch wieder Retail-Main wahrscheinlich. Ist das bei euch eigentlich, Luxy? Morty? Ja. Auch Retail dann, oder? Ich werde aber vom Grund auch in deinem zu. Weil da alles machen wir so zu sein. Ja, wir nehmen schonmal einen auf deinem Server. Dunmordok? Ja. Also in die Frage 2 Noten, ja Tom. Cool. Oh, ich muss schon wieder nachbuffen, ne? Das Nachbuffen ist beim Paladin halt richtig anstrengend. Aber irgendwann kommen die 15 Minuten Buffs. Ach Mensch, für den Krieger hatte ich doch schon... Den habe ich schon mit großen Segen der Macht. Und ich habe sogar Symbol der Könige gekauft. So, hat er nämlich den mega fetten Buff. So, was ist das Symbol der Könige? Ist der nicht im Vergeldebaum? Ähm, ne. Symbol der Könige ist eine Reagenz. So, für den Buff. Ja, für die großen Buffs, die 15 Minuten dann dauern. Oho. So, brauchst du jeweils ein Symbol der Könige. Und was du meinst, ist glaube ich Segen der Könige? Ja. Der ist im Vergelderbaum, ist richtig. Ne, äh, Quatsch. Im Schutzbaum ist der. Im Tank. Den muss man aber auch skillen als Holy oder sollte man. Geht, weil du skillst die Aura 5 Punkte, Aura der Hingabe. Die brauchst du, kannst du auch gebrauchen. Und dann noch so ein Quatsch, dann kommst du genau mit 11 Punkten hin. Der Palla ist die geilste Heilerklasse-Fer. Sabrina, grüß dich. Ach stimmt, Sabrina ist ja auch Wurf. Ich hab dich vorhin gesehen. Du bist aber auf die Wünschelroute und die Steintafel. Hier auf dem anderen Server. Aber ein kleines Mädchen daheim, da will ich einfach nur ein bisschen drauf losspielen. Ja, dann ist Retail auf jeden Fall besser. Gerade wenn du nicht so viel Zeit hast. Spiele ich ja komplett das falsche Spiel, meinst du? Minus 5, Stärke plus 15 aus. Du hast eine Ausführung. Paddy kommt wieder. Heute ist nicht alle Tag. Die Tafel hat der Untote. Flucifon, stimmt. Habs vorhin noch vorgelesen. Beim Einloggen hab ich ja gesehen. Ah, Sabrina auf Flucifon. Kann man auf Classic eigentlich auch transen? Oder geht das da noch gar nicht? Also ich frag nur so. Ach so, aber auch Horde. Stimmt. Transferieren oder transmocken? Transferieren. Server? Ja. Ah, stimmt. Da haben ja damals zu Release ganz viele gemacht. Mit dem, als das Einloggen noch so schlimm war hier auf Everlook. Er zum Release ganz war es noch nicht, aber... kam relativ schnell dazu. Ich meinte, nach Phase 2 war das. Nachdem die, ähm, die Ehre eingeschaltet wurde auf dem PvP-Zone. Jetzt bin ich wieder... Seid aber 28 Troll aus. Warte mal. Jetzt bin ich richtig groß. Oh, hier kommen noch ein paar Trolle. Das ist der schöne Hut. Ich muss nur gucken, wenn wir gelootet haben, dann nochmal zu bekommen. Ja, dürfen wir. Das ist nochmal glitzert. Ich hatte gehofft, der Pallertank holt ein paar mehr. Dann hat ja der Heiler Stress. Oh, der hat gar keine Gehring. Können wir gleich einen hinjahren. Okay, dann können wir inzwischen... Hab auf Everlook einen Paller angefangen. Aber ich schaffe es im Classic nicht, mehr Kars zu leveln. Ja, ist auch schwierig. Also ich mach immer so ein bisschen Ruhebonus-Hopping. Dann geht's einigermaßen. Aber so gerade die letzten 10 Level zieht sich schon heftig. Ich bin mit den Priestern von Dragonscrawl auf Luzi getranst. Priester von Dragonscrawl. Klingt auch cool. Ähm, David, Chrissi, schlaf gut. Und danke fürs Mitspielen, David. Hat ja ganz gut geklappt heute. Doch noch mit ProClubs. Ich dachte erst, das wird heute nix, aber... 5, äh, 2 von 5. Ja, das kriegst du voll. Ich beschädig dir ja. Die Quest. Ich bin erst morgen Robby. Hat irgendwie RTL laufen? Nee. Mit der Gruppe könnte man danach gleich Tempel von Hacker gehen. Ähm, 53 Tank? Wär geil. Muss man sich mal irgendwie mal merken. Wink mal. Wink mal. Wink mal. Hallo, Chit. Oh. Du hörst... Matze hört... RTL? Ton? so laxiert bestimmt keine rtl an und morty auch nicht mein fernseher die ganz jungen leute ich habe nix ich gucke nur noch über streaming dienst ja glaube ich oder haben wir irgendwie so ein typ mal gesehen nö ich höre nix oh jahri rennen dank fürs follow dann könnte man ja wenigstens denn wirklich in die gilde laden sabrina wir können auch wie groß war der wenn wir vor zum pala we nehmen alles läuft gleich vom hügel um die ecke ist ja nur spaß aber hier sind tank ohne gilde hier ist eine knifflige ecke aber wir sind alle so groß hier dürfte nichts passieren hier kommt nämlich irgendwo dahinter uns kommt die patrouille siehst du da kommt sie nämlich ich laufe gleich vom hügel um die ecke ja ach so das meint er ja machen doch alle rum kommen bitte er hat aber nicht unrecht also hier war schon ein paar mal war es echt knifflig weil wenn er dann noch ein louis bei hast dann kommen die hat jemand agro das geschlüsselte und ich muss nach waffen war ja ja ich bin ich bin auch reichweite kann ich noch nicht sein der der hat noch so tom kooks hilft er merkt es nicht ich gucke rtl nur wenn dschungel camp ist und bauer sucht frau und es war noch ach so die sds natürlich aber sonst eigentlich fast selten nehmen wir alles ich glaube ich finde noch nicht mal stufe 10 hast du nicht 15 habe ich mich verlesen aber jaffa ist auch erst glaube ich level 14 krieger freut sich bin mal auf deine nacht schöner du danke für den follow jahri schlaf gut die sds man fängt es eigentlich wieder an wenn ich mich jetzt hier schon dazu bekannt habe so tom dann lad mal in die hier ein ich bin extra und dann gekommen aber ich sehe jetzt wie heißt er denn muss mir noch schreiben wie er heißt sabrina oder ich spreche hier von den heute noch was aber irgendwie will dann hier angreifen was das auf dem rückweg macht das ist rtl 2 berlin tag und nacht also dass er raus sabrina wie heißt denn dein warum ich flüstere ok da den namen kenne ich doch irgendwo her vom discord gibt es das noch wir haben gilden zuwachs ganz spontan ein paar raus hallo an alle sabrina willkommen sabrina hat mario kart so viel spaß gemacht jetzt kommt sie sogar in unsere allianz gilden ja hallo an alle antwortet jetzt keiner sabrina weil wir drei sind alle hier gerade in der instanz so sagen hallo wenn ich gefroscht bin ganz dringend das band aber ja ich habe gepennt gott ich habe nicht das bild marty sagt jetzt mit mit hilgrid wäre das nicht passiert hier ist es umrandet aber manchmal beim das ist so ein brauner rand und beim braunen krieger oder paller siehst du ihn voll kacke bei orange und braun naja wir gucken mal ne ohne witz matze das habe ich echt nie geguckt ey was ist hier los wir sind alle ach kein ding ich bin auch schnell wieder offline viel erfolg sabrina danke viel erfolg können wir brauchen weil wir haben ja laxi bei ne macht er bis jetzt alles ordentlich ich fühle mich gemobbt ich muss sagen der healboot ist echt cool also hätte ich dir nie als priester noch mehr versorgen als ich eh schon aber das ist schwierig weil da müsste ich mich als mausklicker outen da bist du nicht na klar bist du da ja aber mit maus over also das ist eigentlich gewollt dass man bei dir keinerlei maus sieht ja kannst du ausstellen hat man mal gesehen im facebook hast du da mitgezogen ja irgendwo aber ich frage ich glaube man stellt sogar im im obs aus naja das kann man im obs auch schon musst da gar anzeigen wo du nächstens feststellst ja wir ziehen immer alle gleich was ich hier rum irre oh stärke brauchen wir nicht im kampf gelootet schäm da kam zu vanillazeiten kam dann immer ein diss wenn du im kampf schon gelootet hast aus Versehen wo du nur fußball csi und bones raus doch mal aus dem inventar schlitt den kirschner ey ey das ist ein kirschner können wir den bitte entfernen aus der gruppe göbbels oh die sau die ne lebericht der macht schaden das egal wir finden den besseren ich kann das nicht akzeptieren ich glaube du weißt nicht ganz worauf ich darauf hinaus wollte doch aber ich ignoriere das gekannt ich wollte es geht ohne war konny ich sage auch die jungen leute wir spielen noch oldschool mit maus klicken das sieht man ja auch schon an deinem interface wie interface alles schön bunt ich hab doch nur dieses ich hab doch nur dieses healgrid brauch noch die schalen alaxi braucht noch dran okay ich wollte ihr auf ein gehen habe gesehen dass du spielst deshalb habe ich noch kurz rein schaut macht's gut sabrina schlaf gut spätestens bis mario kart ein unheber das ist richtig heilen okay und schiller aber also eine luschpuppe jetzt siehst du in die agro gibt dir das mal ach man ist mir jetzt unangenehm ja nicht schlimm ich wusste das schon vor dem pull effektiv habe ich jetzt eine haut da rausgekriegen nee es ist eigentlich da kommt noch mehr wenn mir sowas passiert jetzt müssten noch wahrscheinlich ein paar da sein nein es ist nur eine ja aber das war es okay das eine würde noch fehlen dann schreib in den chat rein dass eins fehlt dann schreib in den chat rein dass eins fehlt dann schreib in den chat rein dass eins fehlt alle Tore live spieler Daniel Robert hat mit live spieler gespielt ist ja unglaublich was ist bei dem los ey so diesmal nehme ich die variante aus der ferne ja wie ist denn überhaupt heute in pro clubs klauchen Tom ach scheiße ich habe ja gerätzt ey wenn du wiederbelebst wirst du sowas von om ja war ganz gut erst mal wieder wie immer weißt du rasselbande meldet sich halt immer nicht an nee es meldet sich halt immer keiner an kann ich immer den stream nicht planen und mich immer schon wieder so ein bisschen getriggert da musst du erst wieder im Discord schreiben könntet ihr euch bitte anmelden ach da musst du ein Zeitlimit setzen weil sonst nehmen sie dich nicht ernst und auf einmal dann so und dann kommen die ersten oh wir können es doch ausfällen das nicht ich würde eh lieber Formel 1 spielen oder naja wenn sie sich nicht melden zockt doch woff oder ach wie wärs denn mit Fall Guys dann wirst du schon wieder so wirst du eigentlich kannst du auch gechillt gar nicht streamen jup das war's und dann waren sie auf einmal kam Team 2 und so kann man Tank die Kreiber mitmacht ne macht er nicht aber immer war es dann neuen Anmeldungen hier sind flache gräber die ich anwählen kann ist das was wichtiges ja nicht anwählen bitte aber schön dass du fragst Laxi das stimmt das muss ich auch tatsächlich auch kurz während des Fragen ich glaube hier mit den Gräbern hat Morty glaube ich 10 Level gemacht oder so wenn nicht ganz aber hier leveln viele mit diesen Gräbern und ich weiß bloß nicht wie die das machen weil respawn die ist auch egal ne du machst die Resetters und dann machst du wieder neu ach du gehst raus und machst ah du musst aber den anfangs Resetpunkt ne na kein Mann um die Kiste also wo du die Gegner quasi die dich verfolgen ähm zurücklassen kannst und dann laufen sie wieder zurück ach so mhm ich dachte meinen Instanzen gibt's das nicht doch hier gibt's einen ah also der hat mich auch schon öfters gerettet cheaten ah ja ne ne it's a feature genau so achso ich muss ja hier die Cursen alle haben alle haben da so'n Rotz ja ich bin da auch auf der Seite von der Matze hat recht Katze auch achso ich kann als Heiler wirst du gar nicht Shet lesen also ich bin hab nie einen Heiler an den benutzt echt auch dieses Grid nicht doch das Grid habe ich schon irgendwie immer gebraucht weil als Mausklicker halt aber jetzt kannst du ja dieses von Blizzard kannst du ja jetzt auch bewegen und so eigentlich bräuchte man das Grid gar nicht mehr das ist hier oben oder? ne das geht gar nicht in der ach ne in der 5er Indie geht das wohl nicht aber Conny du heilst bestimmt mit Tasten richtig oder? dann F1, F5 so für die Gruppenmitglieder und so könnte ich ja halt gar nicht so könnte ich den jetzt nicht halten was hier los das geht bei den kleinen Indies ja auch noch aber später einfach nicht hinterherlaufen Tom dann sollen sie halt heulen wenn es ausfällt haben noch selber Schuld wenn sie es wochenlang nicht schaffen anzuhalten naja das stimmt viel zu lieb ja aber ich habe ja schon gesagt das ist ohne Witz das ist bei uns im Handball wir nutzen das gleiche die Spieler Plus App auch beim Handballverein es ist genau so da musst du auch 2 Stunden vorher ja weil die Leute jetzt wirklich im real life ja beim Handball haben wir die gleiche App da kannst du auf den Daumen hoch ich komme Daumen runter ich komme nicht oder Fragezeichen wenn du sagst hm weiß nicht Kundentermin vielleicht später kann noch nicht genau sagen ja aber da kannst du einen Abend vorher gucke ich immer rein in die App nochmal gucken wie viel wir kommen auf wen freuen wir uns denn ok 4 Anmeldungen scheiße ist beim Handball ein bisschen wenig spielt sich doof 2 gegen 2 ne ja dann sage ich halt so das hatte ich vorhin schon mal kurz erzählt dann sage ich mir halt so jetzt hast du 2 Möglichkeiten entweder du machst nix wie alle anderen fährst hin zur Halle packst sein Täschchen und dann kommen vielleicht 3-4 die noch dazu die sich nicht die nicht geklickt haben dann sitzt du vielleicht bei 8 und dann sagst du scheiße hättest du mal den und den noch angerufen oder eine WhatsApp geschickt der war vielleicht 10 dann kannst du schon ganz gut spielen 5 gegen 5 und dann ist es halt im Recht Tom immer zu gutmütig aber ich denke ja auch an mich weil ich will halt nicht umsonst nach Hause fahren wieder und ich will auch nicht nur zu 5 da rumhüpfen also fange ich an den Leuten die sich nicht gemeldet haben einzelne WhatsApp zu schicken ja gut dann prägt sich das auch natürlich bei denen ein die müssen sich nie melden ja und die Kuppe ist dann noch dann haben wir echt es sind ja nur noch ein paar ältere Herren dabei wir haben echt 2 die kein Handy haben ja gut das ist aber nochmal was anderes denke ich aber diese Spieler Plus App geht aber auch am PC und der eine ist aber Informatiklehrer im Ruhestand und sagt nee nee sowas kommt mir nicht auf den Rechner oooooh Bionage ganz schlimm aber dann wird fast indirekt verlangt als wenn naja Tom ruft mich schon an wenn Training ausfällt oder so ja sag mal wenn du das immer machst weil ja weil in der Map oder der hat kein WhatsApp wir schreiben in der WhatsApp ey scheiße wir sind nur 7 fällt aus ok und dann weiß ich aber hm der hat aber gesagt er wollte kommen der ohne Handy also habe ich die Möglichkeit bin ich heute gut rufe ich ihn an zu Hause und sag du fällt übrigens aus weil du hast ja kein Handy nicht dass du ansonsten fährst oder nicht ey der könnte sich auch selber mal kümmern oder endlich mal so ein Kack Handy sich anschaffen ist jedes Mal so und mit ProClubs mit den Jungs ist es halt genauso da habe ich dann irgendwann gesagt also wir haben zweieinhalb Anmeldungen und eine Absage von 20 Leuten und dann denke ich ok dann schreibst du nochmal in Discord bitte um spätestens 15 Uhr zu oder ab zu sagen damit ich planen kann den Stream 15 Uhr wieder reingeguckt und war mal null Änderung also weder noch eine zu oder eine Absage dann haben sie hin und her diskutiert ach lass uns doch lieber Formel 1 und ich habe eh nicht so Lust und oh ich kann nicht und ich will nicht und ich muss aber wir könnten naja und da waren es auf einmal waren sie dann doch neun Leute und das ist mein Matze will nicht zu gut und ich sage ja ok dann dann spielen wir halt ich meine mir macht es ja auch Spaß ja aber es ist eben wie eine Krabbelgruppe und ich muss ja dazu sagen die die halt gerne spielen so wie Timon und so und auch Martin die waren ja auch angemeldet da ja magst du mal wieder Mana-Buff geben bitte mhm geht gleich ich muss erst mit Low Wasser trinken nein ich mecker nicht wann gab es das mit Level 50 ne ja ich 2 Level noch jippie weil ich muss halt eigentlich 60 Sekunden sitzen bei 4000 Mana ja ich habe 4300 echt das ist krass lass die Hinrichtungen beginnen mir braucht ja übrigens nischt der Tank naja auch egal so jetzt kann ich mal ein bisschen lesen hab ich schon ein bisschen zu lieb ja sehe ich auch so ich bin Mausklicker schon immer ach echt Conny auch cool oh Jessie Maus Jessie war länger nicht da echt Jessie geht auch schon im 5. Monat wie sollte es auch anders sein Rebuff ich hab doch mach sie irgendeine Errettung Jessie danke für dein Resub aber warum nicht mit Prime hat das wieder nicht geklappt ach Jessie du sollst doch vorher Bescheid sagen schön dass du Opi Ultra bleibst oder Ultraine ne Ultrine kann man das sagen Trine ja das klingt eher wie Ultrine Ultrine was macht dein Gipsbein Mäuschen so warte mal jetzt mal weiterlesen Paukenschlag am Dienstag Microsoft hat den Release Zeitraum für die Xbox Series X bekannt gegeben oh hier kommt was über Newstacker Julian danke laut dem Hersteller wird die Next Gen Konsole jetzt offiziell im November erscheinen einen konkreten Termin gibt es allerdings nach wie vor nicht hm ok Nom Concentration Treppe und der Pult und wehe da stellt sich jemand aufs Geländer so wie dann habe ich immer Line of Sight ist dann immer weg weil ich so ein Gnome der ist da ständig kann auch sein ja aber da war ein Gnome der ist da ständig immer hinten auf dem Geländer rum gehüpft ey der hat mich wahnsinnig gemacht die Treppe hinzu verragt ist schon episch her oder immer wieder immer wieder doll Spaß nö haben die Pech wenn wir immer den Arschbruders lernen müssen die wissen ja dass einer der nö ja das habe ich halt vom Real Life praktisch von den Handball Jungs hierher ins Stream mitbebracht immer zu gutmütig wer das wirklich möchte ist auch eine Lage sich dafür anzumelden mit unserem Kohle beim Turnit sind sie in Sekunden da Tom die einzelnen Tasten nicht benutzen sind wer ist die zum Laufen ich laufe immer mit den Pfeiltasten ich habe die Tastatur immer so leicht versetzt Ultra bezeichnen auch immer beide schlechter stimmt das hatten wir schon aber ich fand jetzt Ultrine irgendwie klang witzig ist egal mit dem Prime Jessie ist nicht egal ach Menno das Bein juckt die Hölle und die Hitze ist nicht auszuhalten oh Gott ja weil der Hitze im Gipsbein ist jetzt und wenn es dann unter dem Gips juckt ist das richtig scheiße dank dir trotzdem für das Resub oder ganz besonders nicht trotzdem zum Start gibt es kein Halo nein das ist jetzt eher der News Hammer ey es hieß doch immer Halo kommt safe als Releasetitel Maximum ja jetzt sind wirklich Dramen ich habe Hunger oh nein jetzt geht es immer um Mitternacht geht es los hier oh da komm ich mach mir jetzt erstmal Chicken Wings und dann oh was war denn das neulich so leckeres kein Wunder dass ich nicht abnehme nach dem Stream renne ich dann auch immer erstmal in den Kühlschrank und isst irgendwie ein dummes Zeug alles oh was hast du denn dummes Zeug in den Kühlschrank nach dem Stream gehe ich immer ins Bett echt? ne ich bin auch zu oft getagelt nach dem Stream ja muss erstmal runter kommen so ein bisschen dafür spiel ich doch wie über Klasse ja du spielst richtig du spielst bis auf bis auf ja aber ich rede nebenbei sehr 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 viel das stimmt da muss ich mich um alle hanseln kümmern das ging ab zum Mittag na also wenn ihr das zufällig Mainst Matze mit Hintergrundgeräuschen RTL ist tatsächlich fast wie RTL da sitzt ich nicht aber gegenüber bei mir da muss ich jetzt damit stein hauen sonst ist der Blatt ne ich hatte nur früher ein bisschen heilen soll schwitz er ist bestimmt auch geschwitzt hättest du hier in der Zeit? sind wir hier irgendwo in den Drogen oder? ne ne auch noch ein bisschen Pizza? Julien ist jetzt nicht Pizza oder? fängt so an nicht mehr zu spawnen man mal was mit dem Gemüse ich hab's jetzt tatsächlich doch gehört Mats ja ja wir haben ja noch unseren Ernährungsberater im Stream ich mach mal schnell die Fenster zu jetzt was wie jetzt habe ich nicht mein wir haben 5 3 4 5 5 6 ich war bei laxia der abstandsäglichste ich kann ja nix anwählen bist du denn drauf gucken auf der xp bald ich glaube ist das geilste im ganzen dungeon xp bald ist blau ist kalte pizza mit salami und champis das lecker und gesund da freut sich ritchie thunfisch nein war eine kalte thunfischpizza weiß ich jetzt gerade nicht so ja aber kalt ist jetzt auch so viel wie möglich nur kalt bei der wärme hätte ich nichts aus dass es warm ist so für den körper zu belasten was ich noch nie kann ist tränkezimmer temperatur trinken das krieg ich nicht runter das ist so eklig ja soll aber gut sein gegen schwitzen tom du isst weil der körper das ja wieder runter regelt auf körpertemperatur das kalt ist das heißt der körper arbeitet ja wieder am ende ritchie was macht man denn gegen die geschwollenen füße vom vielen sitzen wenig bewegen und der hitze das ist echt aber ich glaube es mehr so ein altersproblem füße sind irgendwie unangenehm seit den drei tagen seitdem es so heiß ist ich habe keines hier ist es noch mal dass man die looten kann ja oder schon mal gedacht krieg ja nix ab wir hatten umgestellten nee quatsch eine hohen bewegen also anstand machen so mal laksi wann warst du zuletzt beim trainer ich ja klar bei einem richtigen trainer an sich war ich noch nie wie noch nie wie jetzt ohne ernst wir haben gerade über gewicht geredet das dachte ich du meinst wie live trainieren hohen bewegen das ist mir zu schlecht beim zocken mit alles beides rutschi beim trainer war ich ne mit dem level war es zuletzt beim trainer eine schüssel mit kaltem wasser für die füße soll auch noch gelesen das ist aber mein grundproblem mutter ist ich glaube ich schon seit stück 30 ja totstellen habe ich kann das mittlerweile ja level 45 hat das mit dem popo fliegen fahren lassen kannst du versuchen haus zu streichen hochliegen hilft ich habe mir ohne witz schon so ein coach von der couch so die rückenlehne kann man so abnehmen und hier habe ich mich schon noch das fußende legt sie ein bisschen höher liegt das hilft natürlich auch bei mir gerade geht das bild was geht das bild das bild bestimmt nicht im zweifelsfall nicht oder was hattest du habe ich was gutes des bildes kann ich ja nicht fluch kann ich nicht deswegen hat es mir gewundert fluch kann auch magia und ich habe ich auch alle weggemacht ja jetzt war ich gerade irritiert weil da über meinen kopf stand da kann nur gift krankheit und magie ich muss jetzt die füße im stream höher legen als zu den rest des körpers ich bin absolut gegen füße das machen dann muss die maus auch mit den füßen bedienen sowie richie mit gebrochenen finger seinem pad mit den füßen halten muss dann darf ich mir ein spiel wünschen was wir mal im spiel nein nächste frage wir hatten ja vorhin das thema dass wir eh schon zu verzettelt sind aber was könnte sich julian wünschen ich wollte gerade sagen was für das ist und vor allem du kannst doch deinen mods keine wünsche entschlagen das funktioniert ja nicht naja weil da kommt bestimmt irgendwas weiß ich nicht das ist bestimmt nicht ernst die frage ich meine sowas trolle ist das chatting auf dem balkon siehst du macht er ständig macht sich sags bei mir habt das besser oder kloppt nicht was tolliges auf der allianz seite finde ich auch nicht gut hängematte habe ich nicht hängematte hat es eine zeit auf kleiner wohnen mittelgear solid und oder pokémon wie im mittelgear solid ist uralt wie kommst du jetzt da drauf oder sagen das passt ja ja mein spiele schema wo alle spiele ja pokémon meinst du das von der switch ich habe einen pokémon aber fragt mich aber es war doch okay dass ich schon im voraus abgelehnt hat kriegen wir doch nicht und da weißt du doch hase schwierig lachs sollte sich nur zwischen den langen putzteilen el schreibtisch habe ich auch conny er ist über draußen jonas grüße das eine stück ist für mich also wenn du davon gibt es zwei zwei parts von dem schwert wenn man die zusammenfügt dann kriegt man ein episches schwert für mich ist das auch nichts oder aber die tatsache ist schon mal geil jäger haben doch immer auf alles gewürfelt früher aber das war glaube ich eher zu bc jonas saßt du als stuttgarter danke so jetzt noch zu dem das ist immer doof dieses abkürzen weil die julie kann ja nie in der herren und dann pullt die nämlich alle wieder und dann bin ich wieder der arsch wir sind doch vorbereitet und dann ja nun dann bin ich wieder auf stufe 2 und muss wieder 1.000 steaks in sie rein prübeln 1.000 steaks rein prübeln herrlich so hier kann man nicht irgendwie füllt 100.000 troll um die ecke und er hat glaube ich hier ganz gut gepult warum hat man früher eigentlich den ganzen raum leer gemacht jetzt holen die immer gleich das viech Prozent und kommt hier eine von recht traurig wo kommt denn die jährigen bis zum juliet er kann die sein schuldig um eck auch an jahr das macht nicht hin die größte in dem Moment mit dem Ort hier mit sind wir verloren Ich wusste schon beim Poll, dass ich sterben werde Das klingt doch mal so traurig irgendwie Ich habe als Drittberuf-Warsager genommen Oder Glückskeksverkäufer, das ist besser Bei diesen komischen Kugeln, wo du die geschüttelt hast, eine Frage gestellt hast Diese Kugeln, wo du so eine Frage gestellt hast Ein Stuhl mit integrierter Beinablage? Da ich den Hocker unter dem Tisch und mal wegschiebe Ein Stuhl mit integrierter Beinablage Da geht der Zwerg dahin erstmal looten, bevor er seine Kameraden fetzt Na, weil du auf dem Weg liegst Ich bin extra zum Tank gerannt, weil ich dachte, alles gut Weil ich dachte, der Highlight bestimmt Wichtigeres zu tun, als zum Tank zu rennen Und ich mache da einfach mal schärft raus Tom, weißt du, ob man bei Pokémon gegen Freunde kämpfen kann, wie zum Beispiel bei Pokémon Stadium? Oh, fragen wir mal Lachsi, der hat da gleich mehr Ahnung Ich? Ich habe doch keine Switch Welches Pokémon meinten? Nee, welche Pokémon meinten, Julian genau? Also, ich denke mal schön, weil in den anderen Teilen kannst du dir auch alle gegen Freunde kämpfen Also ich sehe es ja immer nur, wenn wir beim Doktor Mysterium mal reinreden Dann sind die in meiner Gruppe und kämpfen gegen so große Monster Das sieht immer aus wie ein Raid, so ein bisschen Keine Ahnung, aber gegen Freunde wie bei Pokémon Stadium Kenne ich ja noch, das habe ich ja auch noch Aber das weiß ich nicht Das klang jetzt eher noch Pokémon Go, ne? Wenn du so ein Monster angreifst, das klang ja noch Pokémon Go Ich habe ja nur dieses hier Dieses habe ich nur, dieses Mystery Dungeon oder was? Nee, wie heißt das? Ist das nicht? Stream Delay? Pokémon Let's Go Pikachu Ja, das Wenn ich das Stream so nebenbei nochmal angucke, dann weiß ich, warum ich gerade gestorben bin Wenn du zum Regal rennst Psst, mach der die ganze Zeit, der läuft im Raum Also ich denke mal schön, dass du mit Freunden kämpfst Das ist das Standteil von ersten Teilern Mit Freunden oder Gegenfreunden kämpfst Mit weiß ich jetzt nicht, aber gegen Ah, Mats hat gegoogelt Mit dem neuen Pokémon Schwert und Schild können nicht nur computergesteuerte Trainer herausgefunden, auch der Kampf gegen Freunden ist möglich Achso, aber Schwert und Schild ist ein anderes als meins, ne? Stimmt Ja, aber es ist trotzdem vom ersten Teil an ein Bestandteil Ich denke mal schon, dass es jetzt nicht bei ihm auslassen werden Dann würden sie ja Habe ich auch meinen Freunden auch Aha Julien, ihr spielt auch Pokémon? Oh nein Julien, ist doch geil Ich muss das auch irgendwann noch spielen Also ich habe es auf dem Game Boy früher mal gespielt, das stimmt Da fand ich das ganz witzig Aber dann waren irgendwie ständig Du konntest gar nicht durch die Gegend laufen Ständig waren irgendwelche Zufallskämpfe Das hat irgendwie genervt Und bei Pokémon Stadium früher Das habe ich früher mit den Kiddies immer gespielt Mit den Patenkids Aber die wussten halt immer alles auswendig Und ich konnte mir diese ganzen Fähigkeiten nicht merken Und ich schweige denn die Konterfähigkeiten Schwierig Das ist wahrscheinlich heute immer noch so, ne? So, die Taktik mit dem drunter stellen ist klar Beim letzten was genau hier stehen Was drunter stehen? Ne, was? Bitte? Schmeiß dich ziemlich weit in die Luft hoch Und wenn du hier unter dem Turbogen stehst Dann kann er dich natürlich nur gegen den Turbogen schmeißen Ah, das kommt ja Ist man nicht früher aber immer im Wasser? Oder nimmt man da jetzt auch Schaden? Der kommt jetzt aus dem Wasser gelatscht, ja Ne, aber stand man nicht früher selbst im Wasser? Ich habe eigentlich übersehen jemanden immer, der im Wasser stand Und Goebbis hat es nicht verstanden Zwischen ist man ein bisschen schlauer geworden, ne? Was ist das denn jetzt? Ich kann das nie angreifen? Nein, jetzt wollte ich das jetzt Ja, aber wenn der zu nah kommt, der kommt bei Atre Dann kann ich nicht mehr angreifen Der Fischkopf Ja, weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Ja, du musst ja keine 50 Meter von ihm wegstehen, ne? Ne, aber unter dem Turbogen schaue ich definitiv nicht mehr Da stehe jetzt wo die Heiler und ich stehen Ne, das ist zu nah Viel zu nah Echt, ja? Jetzt definitiv nicht mehr Ja, jetzt ist es zu zu nah Zu zu nah Aber jetzt müsste er auch gleich Aber ich kann den Zwe... Ach, jetzt ist kein Druckruck mehr Also warum ist er alles kaputt? Er ist doch gleich down jetzt ganz so Weil er hat euch ja gerade hochgeschmissen Wieso hat er mich nicht hochgeschmissen? Fangzahn von was? Eigentlich durch Eigentlich durch Wie gibt er schon mal so Dinge von ihm? Er ist eigentlich auch geil, ne? Schurken auf jeden Fall, ja Haben wir einen Schurken dabei? Hast du denn all deine Quests jetzt, Lachsi? Äh Fertig, 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 ja Noch supi Ja, aber ich dachte, wir hier waren noch irgendwie so ein Special-Ding mit einer Trommel Das war das Das ist den Beschwörst du da durch Ja, aber ich bin da kurz nicht auch für mich macht Chantal macht da die 1000 voll fürs Herzchen Herz-Emoji, komm, hoffentlich klappt es Nicht praktisch, so wie bei Julian Boah, Chantal, vielen, vielen Dank 320 Und Glückwunsch zu 1000 Und Hoffentlich klappt es Da ist er Was? Sollen wir den noch mitnehmen? Wen denn? Na Den Rearmor Karabura Aber der ist doch nicht Rear, der ist doch Gold Der ist trotzdem Rear, ja Ja, da steht natürlich voll in der Gruppe drin Ich glaube, wir müssen haarig werden Hey, sag doch Bescheid Hat er neues Bit? Abzeichen erhalten Aha Okay, aber Es ist auch da Aber Herz-Emoji ist weg Wie ist weg? Ja, das dauert Das hat das Problem auch mit den Emojis, die du für Bits einstellst Das ist dann tatsächlich erst am nächsten Stream da Und hier hat er das auch Chantal, hast du gehört, was Lachsi sagt? Ich bin gefroscht Achso Mach mal mal weg Scheiße Müsst ihr denn diesen doofen Rearmor noch finden? Chantal, vielen Dank nochmal 320 Bits und Oh, René Papa Glückwunsch nochmal live Alles gut Wir sind vier Leute Kriegen wir das hin? Mehr als sterben können wir nicht, oder? Ein Schaf Nein, erst im nächsten Stream Eine Eisfalle Ja, wir müssen irgendwann nochmal umbauen Mach Schafpull und ziehen durch die Eisfalle Jetzt muss ich kurz mich konzentrieren Schwieriger Pull Die wollen ja unbedingt den Rearmob holen Die Tank ist aber schon weg Und René, erzähl mal Wie geht's Mutter und Kind? Pass auf da hinten Oh nein Grofe genommen Muss ich nicht zu weit Links sind die Leute von dir Ah hier Das ist aber schneller als der Eisfalle Was ist denn da rausgekommen? Muss ich bei Gelegenheit auch mal upgraden, ne? Ja, Conny, den Relog hat ja bei uns letztens auch nicht funktioniert mit dem... mit dem Emote Okay, ich glaube wirklich, das kriegst du erst im nächsten Tag, dann Im nächsten Stream, was er gesagt hat Ich kriege ja keinen auf den Schirm Ich brauche schon mal weg Ich bin gefroscht Mhm Ah, da kommen wir noch jemanden dazu Ich schieb wieder da einen Ich brauche die jetzt nicht Nein, oh, Alter Ja, Fehler, 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 ist schon gut Mensch So, Mana-Siegel ist drauf Mana-Siegel auf Hexer Haben so einen Mana-Pot haben wir ja noch Ja, easy Einmal mit Profis Beweglichkeit-Achse-Laxi, die könntest du tatsachen nehmen Und Beweglichkeit-Ausdauer-Boost Ich würde dich ganz gerne beanschlagen Obwohl, du hast da schwere Rüstung eigentlich, ne? Ausdauer-Beweglichkeit, hab ich ja recht verstanden, das ist für mich, ne? Kannst du alles haben, ja? Kannst du alles haben, ja? Kannst du alles haben, ja? Ja hoffen wir mal Schlaf gut Laxi auch Ich bin auch raus dann aus dem Discord Und mach auch den Stream jetzt aus Die Maus Bin ein bisschen müde Von dieser Wärme ist halt irgendwie echt mega anstrengend Ja, ist richtig, kann ich verstehen Haben wir aber endlich noch geschafft, mal wieder eine Inni zu gehen, sehr schön Ja Viel Spaß beim Quest-Up-Game Jo, danke Wir hören und sehen So machen wir das Dann bis dahin Ach gut, tschüss Ciao So Hat Spaß gemacht, waren schneller ran Ein fast-gilden-Abtor B2-Altras Ein fast-alleine-Gilden-Ran Jesse Danke nochmal für den Resub, Jesse Und Conny nochmal für 100 Bits Jo Haben wir da alles hingekriegt ProClubs Schön 3 Stunden Und noch Bisschen Wurf 4 Stunden vollgemacht Reicht für den Dienstag Und schön, dass ihr da wart Danke für die Bits Danke fürs Chatten Fürs Zugucken Fürs Resubben Und überhaupt Schlaf gut Richi, Jesse, Conny, Chantal, René Julian Matze Danke, achso Mods loben Und auch an alle stillen Zuschauer Letzte Chance noch einen Follow da zu lassen Wenn ihr mögt Und ansonsten schön, dass ihr immer da seid Wir gucken mal noch schnell Wo wir noch hingehen können Wo haben wir denn noch Lira Bros machen ein 24 Ja Die könnten wir ja ein bisschen aufmuntern, die Jungs, oder? Lockdown Martin waren wir grad Wollt Wollt ihr zu Martin? Oder? Martin spielt Overwatch Die Lira Bros machen wie gesagt N24 Und spielen grad NBA Und sonst ist nicht mehr viel kleines da Viel kleines Mods loben Tom loben Schlaf gut Tom top Daniel war auch noch da Schlaf gut Also keine, keine Wünsche NBA Kommen wir gehen mal zu den 24 Jahren Max freut sich immer so schön Letzte Mods wo jedem tut Moros spielt Vollgeist Nee Finde den Fehler Oder du weißt nicht Bescheid Kann natürlich auch sein Ähm Ansonsten kläre ich dich gerne irgendwann mal darüber auf Ey, das ist immer furchtbar wenn wir nur reinschauen Beziehungs kommt immer diese Kack-Färbung Hmm Die sehen auch grad ein bisschen gelangweilt aus Gott ein 24 ist halt auch derbe oder? Sekiro Nachtschicht Der ist auch noch da Ach komm, egal Hier nimmt die 250 Punkte NBA ist Basketball, ja Ähm Ich sag mal so Da besteht kein Kontakt mehr, René Hat bestimmte Gründe Und die kann ich dir gerne mal unter vier Augen erklären Falls es an dir vorbeigegangen ist Ähm Weswegen Da hab ich ihn eigentlich gemacht Ja, es gibt so Leute, die einen menschlich sehr enttäuschen können Und da muss man sich einfach da trennen Ähm Ist dann halt besser Ja Und reden wir nur Stimmt, da war was Da ähm Ja Ist halt manchmal so Hat man sich wieder einen Menschen getäuscht Und ähm Um dich damit nicht Um sowas nicht mitzunehmen Und sich damit zu sehr zu belasten Dann muss man eben auch manchmal Die Konsequenzen ziehen Aber Details Wenn du möchtest Kann ich dir gerne mal sagen Ähm So Komm Muntert die mal auf die beiden Ihr wisst Lichtenrader Jungs Aus dem Süden Berlins Machen einen 24 Stunden Stream Ich glaub die sind seit 12 Uhr Mittags wach Und äh Da gehen wir jetzt mal hin Wer noch da ist geht mit dir Denkt dran 250 Kanalpunktchen Um die Uhrzeit Wenn du schlaf nicht hast Nie Zeit für ein Gespräch Wann soll das denn sein Da hast du auch wieder recht René Aber du bist jetzt auch viel unterwegs Ähm Tja hast du natürlich recht Hm Vielleicht kriegen wir es mal hin Schlaf gut So Rüber mit euch Danke Danke